hallo meine leute und ein herzlich willkommen wieder zu einem neuen online live stream mit mark rumpe wir sind wieder weg am start und liebe leute ich habe mir heute einen schönen griller besorgt habe mich hingesetzt habe jetzt ein barbecue sogar gemacht die ganze nacht durch und ich bin hier wieder aufgewacht ich wohne hier eigentlich gar nicht also ich habe mich einfach in fremden garten gesetzt das wird schon so passen auf jeden fall leute wenn ihr mehr von real life online oder der real life mode sehen oder was auch immer vielleicht kommt ja bald mal wieder real life das war schon schöne dann lasst auf jeden fall ein abo da wäre schön wenn ihr das machen könnt und lassen like eine positive bewertung kostet ja nix würde mich sehr freuen wir starten durch und ja heute liebe leute geht es auch auf eine beerdigung das wird heute ziemlich traurig wieder mal seit langem war wieder ein trauriger stream ich dann gleich erklären was alles passiert ist so wer wohnen da eigentlich ist das frei da wohnt wirklich jemand scheiße einfach im fremden garten mal jeder so habe ich doch irgendwie irgendwas dabei was ich nicht haben sollte ich glaube jetzt habe ich alles alles aussortiert was mir nicht gehört ja wohl so starten durch leute ich freue mich drauf so faxys fox 1 euro vielen vielen dank direkt am anfang des streams was geht raus ganz schnell ein kfz und ein rubbel und habe ich da eigentlich eine weste dabei ich habe eine weste dabei aber ich ziehe die drüben an und sich jetzt hier anziehen kontraproduktiv dann haue ich die einfach weg so für alle die jetzt fragen wer tot ist thomas neubauer der ist schon sehr lange dabei bei 1 zu 7 der ist verstorben natürlich alles nur im rp leute also ich habe schon wieder gelesen dass leute wieder denken ist das wenn wir in real life gestorben nein wenn wer im rp stirbt dann ist das nur im rp leute das ist eigentlich logisch wir spielen ja hier rp und nicht im real life wenn wer im real life stirbt dann würde ich kein stream machen hier der und der ist gestorben das wäre ja respekt los es ist alles nur im rp also der thomas ist gestorben leider ich sage ich euch dann auch gleich warum kann man dann gleich schauen ich brauche noch ganz schön guppel los habe ich heute glück oder nicht so glück aber es sieht gerade wieder schlecht aus für mich das heißt ich werde heute ah nein ich werde heute nirgendwo landen geil danke endlich danke robert für das glückslos ja robert so robert hat wieder eingeschaltet hier vielen dank lieber robert für das dolle rp los heute verkäufer ist das der ist jetzt robert ist mein lieblings verkäufer kriege ich jedes mal geile rp lose in letzter zeit vor allem also jetzt mein lieblings rp los deal brauchen wir einen p1 heute habe ich mir einen p1 da stehen auch bitte sag ich habe den p1 da nein der ist nicht da nein okay das heißt ich werde jetzt auf am besten ein auto klauen mit dem auto dann auf richtung ding fahren vielleicht ist ein auto offen ich habe jetzt echt keinen bock mit dem auto hier weg zu fahren ist auch zu komm bitte sag irgendwas ist offen ich habe jetzt echt kein na gut geht auch nicht ich bin echt kurz davor einfach jetzt ein auto zu klauen leute das ist polizei ne ob der offen ist ach komm das gibt es doch nicht nur ein offenes auto irgendwo wenn ich hier weg komme weil ich möchte meinen p1 holen und wenn ich mit dem p1 jetzt rüber fahre dann muss ich den ja die ich habe auch keine waffel dabei ja super geil habe ich einen dietrich dabei ich habe auch kein dietrich dabei ja gut dann muss ich glaube ich ein auto holen dann muss ich hätte jetzt gesagt ich klaue einfach ein auto und fahre dann mit richtung dings hoch richtung p1 abholstelle aber so wird das glaube ich nichts wenn die autos nicht offen sind schade sehr schade ja gut dann nehme ich irgendwas was ich eh nicht brauche was könnte ich mit dem roller oder so soll ich mit dem roller fahren? ich bin schon übrigens gleich mit dem roller gefahren wo ist denn der? ähm auf ehre wo ist er denn? mein roller habe ich den verkauft? nein den habe ich doch nicht verkauft ich glaube ich habe den verkauft mein roller oder ne ich fahre mit dem auto mit dem ich eh nie fahre ich fahre mit der kiste das passt schon der ist btw auch nicht angemeldet was ich weiß aber deshalb fahre ich jetzt mit dem mal was außergewöhnliches weil den lasse ich dann dort einfach stehen und dann hole ich mein anderes auto ab so machen wir das weil den kann ich da stehen lassen ist mir egal wagen sie doch mal random redemption 2 weiß ich nicht aber ich habe gesehen es gibt ja jetzt auch rp in random redemption 2 wäre irgendwie mal lustig das zu probieren äh random redemption 2 rp Leute habt ihr da mal bock drauf? vielleicht mal auf irgendeinen server random zu zocken das ding ist halt das ding ist halt wenn wir auf random redemption zocken da würde ich keinen eigenen server aufmachen das heißt wir müssen uns dann selber suchen und da müsst ihr halt gucken dass ich halt gewaltest werde und dort streamen dürfte und das ist halt das ding aber wäre eine coole idee hätte ich irgendwie mal bock drauf zu testen weil random redemption 2 ist eigentlich ein geiles spiel aber spiele ich eher so singleplayer mäßig äh fabio godrip hallo xy und feinland streams ist meine zweite spende bei dir grüße aus niederstags lang zurück so da ist schon ein easy 1 zu 7 aal oder aal 9 wie geht es dir? sehr gut ich hoffe dir auch ähm mixix ist auch wieder dabei dankeschön für eine eurone der oswald ozzi ist auch dabei kunwaski eduard ist ebenfalls dabei wünscht einen schönen stream jetzt bin ich wegen dir aber eingefahren oh 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 der ist ensmit der ist ensmit der ist ensmit ne Idee selber schuld aber als real talk würde ich in real life genauso machen wenn er aggressiv wird einfach drüber einfach drüber so äh genau so machen wir das äh chimte pro ist auch wieder am start genauso wie patch mit lp was für namen die leute sich heutzutage einfallen lassen das ist unglaublich weil vor jahren habe ich mir ja auch einen namen einfallen lassen den keiner aussprechen kann kann den wer aussprechen er wird xy und ausgesprochen bis heute muss ich den leuten erklären wie man es ausspricht ich habe schon dyson gehört scheißen was habe ich noch gehört äh küsern dann schreiben die leute mal meinen namen falsch dann ist küsern irgendwo dann tun sie das y mit dem s vertauschen ach was ich gesehen da bin ich noch ein kaien oder oder xixin oder sowas da gibt es ganz viele variationen das ist ganz lustig dann ja die das erste mal dass ich nicht zu spät dran bin ja ich bin auch irgendwie jetzt spät dran ey der wagen fährt sich gar nicht mal so schlecht der fährt sich relativ gut der mcdonalds mobil ganz ok ja ist ok ich will nicht heute mein p1 fahren ich habe bock auf p1 action das muss ich angehalten werden mit der kiste weil der sobald ich damit angehalten werde werde ich abgeschleppt das heißt egal ob mich jetzt ein cop verfolgen sollte oder irgendwas ich werde einfach bis zum abschlepppunkt fahren und sollte auch hinter mir im kopf sein ist mir egal ich habe ja nichts illegales dabei leute ja direkt mal einen namen ändern lassen ne neun namen wie heißt der mit kurt let's play oder schieber zockt das kann sich jeder merken und jeder kann es aussprechen schieber zocker 97 solche namen genauso wie marius fisch die beste name den es gibt äh leon game 1 hat ich glaube für eine euro ich sehe ihn aus luxemburg der einzelne simulier aus luxemburg schenke grüße zurück Tobias halbier das habe ich schon letztes mal vorgelesen ich habe keine pizzeria die ich empfehlen kann ähm muss ich ehrlich sagen ich gehe äh ich gehe äh sehr selten irgendwo pizza essen meistens bestelle ich einfach Tobias also wenn du gerade zu pizza essen gehen willst ich habe keine ahnung wo es eine gute gibt es gab mal es gab mal eine gute pizzeria die hätte ich dir empfehlen können aber die hat leider schon vor jahren zugesperrt vor jahren zugesperrt äh shimte pro haben wir auch auch vorgelesen wobei da auch noch mal raus sagen schon den hd also auch vorgelesen ein wildes reis auch den kenne ich ja noch ein wildes reis schön dass du wieder hier bist freut mich sehr ich hoffe mein P1 äh kostet nicht zu viel beim abholen was kostet ne ab 5000 was ne abholen ich weiß nicht was ne abholen kostet beim Abschlepper ne wir sind ja bei der Versicherungsmelden ich weiß gar nicht ob ich irgendwas im Abschlepper stehen habe das ist mal die Frage aller Fragen oh was steht denn doch ATT ach dann nehme ich gleich mit voller so das McDonalds Mobil wisst ihr was ich stell das hier auf dem Parkplatz ab genau so warte hopp das ist jetzt runter gefallen ich stell den irgendwo am Parkplatz ab dass ihn keiner sieht am besten so hier hin der merkt es keine Sau dass ich den parke so werd auch nicht abgeschleppt wobei er ja keine ähm Versicherung hat das heißt ohne Versicherung mein McDonalds Mobil steht jetzt da perfekt so machen wir das hier äh Trivivi danke auch für deine Doni ich bin sonst immer ein stiller Zuschauer danke dass du immer uns ein Lächeln zauberst Kuss geht raus an Trivivi xx 499 danke schön Fabio Gottrip Halux in Fighters Streams das ist meine erste zweite Spende meine zweite Spende ich habe gedacht erst bei dir grüßt hast du nieder sagt danke zurück vielen Dank so ähm sind wir den TT mit wenn er offen ist nämlich denn mit halloo ist zu natürlich jetzt geht es in den grünen P1 was ist er denn äh skyline ist auch drin vom letzten Mal echt jetzt Okay, ja gut, ich den P1. Mein Taycan ist auch bewegt mit Rich Girl hinten drin. Ja gut, mein Maxi King P1 ist seit langem wieder da. Ja! Endlich wieder P1, Leute. Ja! Auftanken und dann geht's los. Da fahren wir zu 1 zu 7 rüber. Schauen wir, was da los ist. Grüner P1. Umweltfreundlich, weil der Wagen grün ist. Magello, danke auch für dein Doni. Wann gibt's Fortnite-RP? Nächste Woche. So. AlphaDier, auf den tollen Steam. Dankeschön. Leon Gamer, vielen Dank auch dafür. Vielen, vielen Dank. Jetzt holen wir den P1 in grün. Es ist der grüne P1. Ah, wie sich der andere aufgeregt hat an dem Tag. Das war so schön. So, jetzt haben wir rüber. Ich bin gespannt. Ich hab noch keinen Funk angemacht. Ich darf jetzt nicht vergessen, wir wohnen ja jetzt hier. Wir wohnen ja hier, deshalb müssen wir dorthin. Also ja, ich hab heute, für heute hab ich schon traurige Musik vorbereitet. Hört mal hin. Das ist der Sound, wo ich spinde. Habe ich heute extra vorbereitet fürs Begräbnis. Habe ich heute extra vorbereitet, Leute. Mir kommen jetzt schon die Träne. Es ist echt traurig. Es wird so traurig, Leute. Es wird so traurig. Supporten, Frank, bitte immer mit einem Grundabschied. Die Gründe sind zum Beispiel für LRB oder gute Bugs. Fragen als Ticket. Danke, Regierung. So. Von wem wird Abschied genommen? Von Thomas Neubauer. Der ist schon seit Real Life Online 1.0 dabei. Also schon sehr lange. Und es ist traurig, aber er wird auch nicht mehr wiederkommen. Für alle, die sich fragen, ob er gebannt ist. Nein, er ist nicht gebannt. Er ist nicht gebannt, Leute. Weil sehr viele sich so denken, wird jetzt gebannt oder so? Nein. Bann ist das nicht. Er hat den Tod, äh... Also er ist gestorben mit einem Charakter, hat einen Autounfall gehabt. Zert scheint und, äh... Genau. Was sind wir jetzt hier? Oh, ne, es gibt einen Dresscode. Ja. Nein. Hab ich nicht gesehen. Na gut, ich komm gleich mal wieder, ja. Ist der Dresscode im Verteiler drin? Ist der Dresscode in irgendeinem Verteiler drin? Ja, ist der Mail-Verteiler im Ticket. Ah, den hab ich nicht gesehen. Bin gleich wieder da. Nein, nein, alles gut. Ich schaff das schon. Ich bin ein großer Junge. Mit dem Dresscode. Ach so. Wieder komplett vorbereitet heute. Wieder komplett vorbereitet. Oh, da ruft man an. Die Uhrzeit. Guten Astrid, hallo. Tachchen, du bist nicht im Funk, kann das sein? Nee, ich wollte gerade herfahren. Warum? Ja, perfekt. Dann bring bitte noch deinen Mail-Bahn mit. Ja, mache ich. Kein Problem. Passt. Perfekt. Und dir wurd's nochmal geschickt im E-Mail-Verteiler. Jawohl, danke. Passt. Schau, wie er mir noch auslacht, dieses Stück. Er lacht nämlich erstmal aus, dass ich ohne Dresscode und sowas ankomme. Ey, ich wollte erstmal nach Hause fahren und mich mal hier einschillen. Ach so, so ein blödes Stück. Das müssen wir mal gucken. Was haben wir denn jetzt als Outfit? Lass mal schauen. Wir haben... Wo ist es denn hier im Verteiler? Ich wurde sogar erwähnt. Tatsächlich haben wir das im Verteiler hier. Outfit für die Beerdigung. Das haben die sogar gestern schon gepostet. Ich hab's nicht gesehen, wie da komplett los ist, Alter. Also, ich muss hier hin. Und wir gehen uns mal umziehen. So, Untershirt haben wir die... Die 96 haben wir jetzt Untershirt. Aber finde ich schön, dass wir das machen. Ist ja gut. Die 96 haben wir. Genau, 96 Untershirt. Oberteil haben wir die... 295. 295, perfekt. Mit... Aha, genau. Arme. Ähm... Die 38. Das so passt. Ich schau mal, ob das wohl stimmt. Die 38. Ja, das passt sogar. Kommen sie gut hinbekommen. Kose ist die... 28. Sehe ich gerade. 28. Mhm. Schuhe ist... 10. Komplett bestraut gewesen. So, genau. Da haben sie sich... Dieses Unterstör... Das normale... Äh, Unterstör... Das passt eh, ne? Das ist in Blau. Blau! Alles andere auf Null steht. Okay, das heißt... Kette auf Null. Ich hab mir aber ein schönes Outfit ausgesucht für dich. Das ist... Das ist schön. Das haben sie schön ausgesucht. Doch, doch. Passt. Äh... Bestätigen. Ja. Speichern. Äh... Ne, muss ich eigentlich nicht speichern. Ist ja nur für heute. Jetzt zieh ich schon nochmal so einen Anzug mit Blau an. So. Schau mal drauf. Was haben wir noch? Ähm... Mal gucken. Nö, das war's. Jetzt gibt's kein... Achso, ja. Den Maybach noch rausholen. By the way, äh... IC weiß natürlich nicht, dass er einen Autounfall hatte. Ich weiß IC nur, dass er verstorben ist. Nur, dass ihr es wisst. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach hingehen und sage, ja, äh... Entschuldigung zu dem Autounfall. Das heißt, ich muss erst mal fragen, was genau vorgefallen ist, weil... Es ging so schnell anscheinend und, ähm... Okay, aus dem Grund... Ich weiß halt nur, dass er verstorben ist. Das heißt, ich muss eigentlich nur mal fragen, was genau passiert ist, aber... Das werden wir heute noch alles klären. OC weiß ich halt, dass er einen Autounfall anscheinend hatte. Oh, mein Char weiß es nicht. Er weiß nur, dass er verstorben ist. Oder ich hab was nicht durchgelesen. Das könnte ich auch sein. So, ähm... Ich muss jetzt schnell mein Auto umparken. Wir fahren zum Hauptplatz, parken das Auto schnell um. Dann holen wir unser Maybach raus. Ich hoffe mal, Maybach ist noch da. Jetzt hab ich mir extra meinen schönen P1 aus der Garage geholt. Dann sowas, ne? Ich mach mal einen Funk an, dass ich mal weiß. Limousin P1 oder nicht, ne? Mal... 1 CAD. 1 CAD. Oh. Danke fürs Eintragen. Wegen Maybach den Normalen lang. Normal. Jawohl. Es geht ja eh erst später los. Also eigentlich um 19... Boah, wobei, es ist ja schon 19 Uhr. Es geht um 19.30 Uhr jetzt ja los. Ups. Wieder da. Ja, ganz spät dran. Ei, 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 ei. Auf und auf ist der Maybach jetzt da und sich abgeschleppt. Der kann ja noch vom Abschlepper drinnen sein. Ich hab jetzt gar nicht geguckt, ob der da ist. Ach, das ist das mal komplett. Maybach, Maybach, Maybach. Ah, da ist er. Ja, ich hab ihn. Gott sei Dank. Ist das der Richtige, Maybach? Doch, ist der Richtige, ne? Wobei, wer kommt der so lang vor? Ja, der ist schon der Richtige jetzt, oder? Wir gucken nicht, dass das jetzt der Falsche ist. Warum kommt der mir jetzt auf einmal so lang vor? Der war doch viel kürzer der Maybach, oder nicht? Weil der MR war doch meiner, ne? Der One ist doch der große Lange. Dann haben wir ja extra One benannt, weil der halt die, äh, wir haben Präsidenten, gibt's auch die, die One-Karre. Ja, aber ich bin ja komplett bescheuert. Natürlich ist das die, das ist ja unglaublich. Welches Auto ist länger? Ich bin so lange kein Maybach mehr gefahren, dass ich mir gar nicht mehr vorstellen konnte, dass der so lang war. What? Jetzt, wow, schießt das, ne? Aber wirklich jetzt, das ist ja unglaublich. Krass, Alter, ich hab das voll nicht gecheckt jetzt. So lange ich mir mit dem wieder rumgefahren. Damals jeden Tag damit rumgekürzt, jetzt gar nicht mehr. So tanken muss ich noch, und dann... Wieder lost sein Leben, ey. Ich möchte tanke, und dann, oh. Polizei, ich werd gleich angehalten. So war's von fix wie nix. Rät er um? Ne. Ich seh den gar nicht. Vielleicht war's ja kein richtiger Kopf. Vielleicht war's ein Fake-Cop. Echte Fake-Polizisten. Sind am Faken. Der ist auch Fake hier vorne, oder? Ist aber auch kein echter Kopf, oder? Aber nicht. Ich glaub, das ist auch ein Fake-Cop. Aber da vorne ist kein Fake-Cop. Guck mal. Da lauf ich. Ich park mich extra so provokant neben. So, erstmal auftanken. Aber hat die gar nicht gejuckt, ne? Gerade. Ich dachte, die rennt jetzt gleich weg, wenn da so ein Malbach aufkommt. Mit getönten Scheiben. Ja, ich hatte schon Angst. Ich bin ja als Kopf schön ins PD reingerannt damals. Wisst ihr noch? Also ich hatte Schiss davor. Wer ist gestorben? Fragt Hauser. 2222. Ja, der Thomas Neubauer. Der ist verstorben. Wie gesagt, alles nur in der P. Black Hunter. Wie geht's? Wie steht's? Bin Mitglied. Dankeschön. Freut mich. Herzlich willkommen bei den Mitgliedern. Das ist weiter Lumis. Auch dabei haben wir 2 Euro. Das war eh so wie Big Mac. Der Allerechte. Darf man auf eurem Server als Kindercharakter spielen? Wie Karl-Heinz? Eigentlich nicht. Nein. Karl-Heinz ist auch so ein Ausnahmecharakter, muss ich sagen. Also Karl-Heinz ist ein Charakter von mir. Der hat eher weniger was mit RP zu tun, dadurch, dass der aus dem Singleplayer ist. Also vielleicht kennt ihr ja Karl-Heinz. Damals habe ich ja im Singleplayer gezockt, den Charakter. Und der hat wenig mit RP zu tun, muss man sagen. Also Karl-Heinz ist, finde ich, von mir das schwächste Charakter, den ich habe, was RP-technisch betrifft. Was halt ein Kind ist, was halt Leute entführt, Bank ausraubt und so weiter. Und einfach aus dem Grund auch, haben wir auch keine anderen Leute, die hier irgendwie so einen Kindercharakter oder so spielen. Also haben wir halt nicht, ne? Jetzt fährt er vor mir in den Kopf, also ich glaube es nicht. Aber man muss auch sagen, als Kind, wenn du normal spielen würdest auf dem Server, da kannst du ja nicht viel machen. Was willst du da machen? Kannst weder Auto fahren oder legit RP machen möchtest. Das ist halt sehr schwer. Da kannst du halt rumlaufen. Das war's. Aber Karl-Heinz ist, ich muss sagen, Karl-Heinz ist für mich so ein bisschen ein Spaß-Charakter. Also den kann man nicht ernst nehmen. Das ist kein ernstzunehmender RP-Charakter. Ist halt, ist mein Spaß-Charakter. Also jeder andere Spieler hätte das nicht gekonnt, was Karl-Heinz konnte mit Monster Truck, weil, wisst ihr, diese Verfolgungsjagd damals mit dem Monster Truck, wir haben keinen Monster Truck auf dem Server, das Ding gibt's gar nicht. der war halt für den Tag, war der halt für Karl-Heinz und das war halt so eine Sache, das hat halt kein anderer Spieler. Das ist halt einfach, Karl-Heinz ist reine Kunstfigur, kann man sagen. Aber ich find's einfach lustig, es war was anderes, hat nicht jeder sowas. Einfach eine Kunstfigur. So, ist der eh nicht mehr hinter mir her, ne? Perfekt, soll ich wieder Gas geben. Jawohl. Jetzt ist ganz schön viel Zeit gebraucht, der Cop hinter mir. Oh, da fährt wer am Grundstück rum. Das check ich jetzt nochmal ab, wer das hier ist. Fährt jemand von uns, so einen, Benz ums Grundstück rum, so einen schwarzen. Nochmal was? Negativ? Keiner fährt einen schwarzen Benz von uns, okay, alles klar. Ja, da ist grad so ein, ich glaub S63 oder so ist da grad von uns am Tor vorbeigefahren. Ganz komisch. Ich hab mal eine Runde gedreht, um zu gucken, wer das ist, aber steht ja nix, ne? Steht ja nix. So. Dann parke ich den aber auch gescheit ein. Oh, meine Weste. Wobei, ich kann ja, ich kann ja so reingehen ins Ding. Also mich nach unten in den Keller muss ich, ich muss ganz schnell ne Weste holen. Ähm. Ja, genau. Einmal runter in den Keller. So. Wo ist denn nochmal die, ah, da hinten sind ja die Westen, stimmt, die liegen da hinten. Ab in den Geheimkeller. Ui, so viel Geheimnis hier hinten. So, hier gibt's die Westen. Wie lange man jetzt gehen muss, im Gegensatz zu davor. Das ist schon ein längerer Weg, jetzt, bis man da unten in den Keller kommt. Dauert ein bisschen länger, ja? Kann man schon so sagen. So, äh. Passt, Hallo, Xil, feier dich. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Zero Dawn, 0505, danke für 299. Peter Panda. Das ist mein Lieblings-API-Youtuber. Ich hoffe, ich kann da ein paar Jahren dann auch auf das Spiel spielen. Kuss. Affin Buch. Mir wird Abschied genommen, immer von Thomas. Dieter Thomas Heck. Ne, das, den nicht, den meinte ich jetzt nicht. Leute, komm Karl-Heinz, wenn ich einfach Spaß und Bock auf Karl-Heinz mal wieder hab, zum Zocken, dann zock ich auch wieder Karl-Heinz. Herr Passell, vielen Dank nochmal an Dei, Doni, dann Marcelo, danke für den Euro. Vielen, vielen Dank. Nach oben scoren. Peter Panda, noch eine gleiche Spende, vielen Dank. Liga 5, Dankeschön für zweimal einen Euro. Gizmo TBS, da ist Server ist der beste Server auf der Welt. Grüß von Thomas Steffi. Kommt euch auf den Schütteln. Tochter Alin, langeschön zurück. Ja, lauft heute nicht alle weg. Kannst du mal die vorige Spende lesen? Habe ich doch gerade. Hat nur ein bisschen gebraucht. Wollen wir den Chef mal mit in den Kreis lassen? Also das mit Mitglied habe ich doch gelesen am, hier am, an der Tankstelle. Dann hast du das übersehen, oder? Black Hunter, hast du übersehen? Hab ich vorgelesen. So, also jeder, der jetzt noch keine Moskete aus dem Auto geholt hat, bitte noch einmal eine rausholen. Eine Moskete aus dem Auto hier? Genau. Ja, und Munitionsweck hier bitte. Jawohl. Ah, da habe ich sogar noch ein paar Stück. Jawohl. Dann würde ich sagen, Oli, dann red du noch mal einmal vom Plan für alle. Also, ähm, der Plan ist folgender. Wir beginnen mit der Beerdigung in der Kirche, da wird die Frau Hervis vom Supreme Court eine kleine Rede halten. Danach wird ein Lied von Holger abgespielt. Währenddessen wird Thomas raus zum Grab getragen. Das Lied, ähm, nachdem das Lied beendet ist, wird Freddy, soweit er es schafft, ähm, aufzustehen, eine Rede halten. Danach wird eventuell Pablo noch eine Rede halten von Liam, der heute nicht da sein kann. Ja, Pablo ist auch nicht da. Ja, der kommt, der wollte aber kommen. Danach wird noch ein Lied, ähm, abgespielt werden, zum Abschluss. Danach, also, zu diesem Lied werden wir alle salutieren. Und anschließend werden wir alle salut schießen. Heißt, die Muskete kommt dann auf den Rücken und es werden neun Salutschüsse abgegeben. Neun Schüsse aus diesem Grund. Thomas war neun Monate bei 1,07 und für jeden Monat ein Schuss. Aber nicht alle auf einmal, sondern auf Kommando. Okay? Okay. Er sagt das Kommando noch, nicht, dass nachher alle denken, du sagst los, weißt du. Kommando Feuer, ne? Kommando Feuer. Was quasi legt an und dann Feuer und dann ein Schuss und dann wieder Feuer und das Ganze neun Mal. Okay, also, wir nehmen, äh, so gesehen die Waffe raus, dann Kommando erzielen und Feuer schießen jedes Mal. Genau. Ja, und dann ganz einfach. Wann nehmen wir die Waffe raus und nehmen die auf den Rücken? Genau, das wollte ich ja zwar und wann holen wir denn die Waffe raus? Wenn wir zum Grab gehen. Ja, wenn wir zum Grab gehen, dann wird ein Krankenwagen da stehen, oder? Denke ich mal. Mhm. Haben wir eine Frage? Jo. Und was ist, ich habe jetzt nichts mitbekommen, ich habe nur mit noch mitbekommen, dass heute, bitte Beerdigung, wie ist das ging so schnell, dass es mit Thomas passiert? Ich bin mit ihm Straßenrennen gefahren, er ist in der Laterne reingefahren, war anscheinend nicht angeschnallt und ist, äh, am Unfallort verstorben, weil das Efti zu lange gebraucht hat. Circa 200 aus dem Auto geflogen. In einem Straßenrennen? Ja, genau. Ich wollte eins fahren und, ach, ich wollte ihm den Wunsch nicht verwehren. Das ist traurig. Ja, jetzt ist es ja leise ein bisschen. Mhm. Was soll man da groß zu sagen, ne? Ja, genau. Kein schöner Moment. Mhm. In eine Straßenlaterne reingefahren. Das Ding ist, äh, ist nicht, also ne, ist auch so, weil das mit Paul Walker, Paul Walker ist ja auch mit, äh, Ich hoffe einfach, dass sehr viele Menschen kommen. Alles eingeladen. Der ist ja auch mit einem Profi-Rennfahrer, also die sind kein Rennen gefahren, also die waren zu schnell unterwegs, sind halt auch in eine, ich glaube, in eine Straßenlaterne rein, oder in einen Baum oder so. Das ist aber, boah. Weil dieser Straßenrenner, ich glaube heute kein Straßenrenner, nachdem ich das jetzt hier weiß, im MP. Würde ich sagen. Gehen wir schon mal zu den Maybachs vor, oder? Ja. Sind wir die einzigen, die dort sind? Ne, alle. Alle sind da. Es wurde relativ viel eingeladen, ja. AMR, Mechaniker, Autohaus, Kartell, Biker, Mafia, alles. AMR, die zu langsam da waren? Das war ja das FD tatsächlich. Das FD, ja. Also das FD, okay. AMR war dann nicht im Dienst. Hm. Puh, okay. Oh, dann los, ne? Jeder hat seine Muskete dabei? Ja. Und bei dir mitkommen? Oh, die tufe eigentlich noch ein, zwei Musketen in den Maybach reinlagen und falls noch jemand nachkommt, das ist auch noch einer. Ja. Ja. Ja, das coole ist, die haben sich jetzt schon, ähm, also, die 1-2-7 haben schon alles zusammen geplant, es wurde ja, ähm, also das Begräbnis wurde ja schon geplant davor, dass wir das heute machen. Deshalb, wir hatten ja schon im, im Verteiler hatten wir ja heute schon den Termin 1930. Das mussten wir ja alles abklären. Also die haben das alles abgeklärt und aufgebaut mit hier, ähm, mit Regierung und so. Machen wir eine bestimmte Ausstellung, oder? Also mit dem Chord und alles, da kommt ja auch die, die Andrea anscheinend jetzt dazu. Ja. Die Frage, wie willst du hier rausfahren? Warum fahren wir denn raus? Ja, da wo hier jetzt alle steht, da fahren wir raus. Achso. Ich glaube, muss ich hier nochmal umdrehen, ne? Habe ich das gewusst? So. Ich frage mich halt, wo das Begräbnis stattfinden wird. Ich weiß das gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt in der Stadt sein wird oder im Land, weil im Land hatten wir ja auch mal dieses riesengroße Begräbnis mit der Polizei damals. Wisst ihr das noch? Wo dieser große Polizeikonvoi war. Das war bis jetzt, fand ich, das krasseste Begräbnis, was es jemals gegeben hat. Also echt krass, wie viele Einsatzkräfte da waren. Das war echt heftig. Da waren so viele Cop-Autos. Was ist grün und springt vorm Bett an der Frau situiert? Ja, das kenne ich Big Mac. Danke dafür. Schäfer, willst du vorfahren? Ne, mir ist egal. Ich kann gerne mit da fahren. Also nicht mal, wo es hingeht, wo soll ich vorfahren? Und da fahren die Maybasts wieder raus. Denken die Leute, dass es wieder Krieg gibt oder sowas, wenn die Maybasts hier wieder fahren, die Schwarzen. Ich hoffe, Freddy stößt heute noch dazu. Freddy hatte nämlich übeles Problem mit seinem PC vorhin. Mit der arme Junge. Weil der hat eigentlich schon eine Rede und alles geplant gehabt, so wie sie es alle hatten. Und das ist halt ein bisschen blöd, wenn er jetzt nicht kommt heute. Schau, Autos ist das nicht auch. Alter, wie viele da sind. Holy moly. Ist du deppert? Du hast was los, hast? Also doch in der Stadt, direkt neben uns, wieder begraben. Okay. Hm. Ja, genau. Erstmal bei der Beerdigung Burnout ballern. Let's go. Ich muss essen, bevor ich da zusammenkippe. So. Gut. Ist das nicht auffällig, wenn 1 zu 7 dort so auftritt. Ihr wolltet doch verdeckt bleiben. Wir haben keinerlei irgendwelche Hinweise, dass wir bei 1 zu 7 sind oder so. Gar nichts. Wir haben keine Westen einkommen, gar nichts, was uns identifizieren könnte. Da kommen ja so viele Leute. Du musst halt aufpassen wegen deinen Öhrchen. Ich weiß nicht, ob das für deine Öhrchen so geeignet ist. Hab ich schon. Alles gut. Alles gut. Er spielt das ja übers Handy ab. Ja, ja, genau. Ja, ja. Das ist kein Problem. Da war, glaube ich, nur die Frage, ob du das auch hören willst, weil es ein bisschen... Nee, nee. Ich, äh... Ich hab meine eigene Musik mitgebracht. Perfekt. Wer möchte das Kommando dann beim Schießen geben? Machst du einfach ordentlich fertig? Ja. Ja, ich glaube, ich bin dazu dann nicht in der Lade. Wer hat das vorher gesagt, wie wir das Richtige machen? Vielleicht, äh... Das ist schon ordentlich. Man müsste sagen, anhalten, schießen, ne? Anlegen. Oder anlegen, anlegen. Feuer. Insichern, anlegen, schießen. Legt an. Legt an. Das ist doch Schätze. Schießt. Kann ich auch machen, ist kein Problem. Wäre eine Ehre. Ich wollte jetzt nur nicht hier... Ich gedacht, das macht schon jemand. Nicht was. Wie oft war es? Neunmal, ne? Ja. Perfekt. Wäre ich mal merken. Also anlegen, schießen. Ja, oder halt am Stadtschießen, Feuer. Genau. Anlegen, Feuer. Wäre ich mal merken. Anlegen, Feuer. Ich schreibe es mir auf auf mein Handy. So schwer ist es nicht. Anlegen, Feuer. Ich schreibe das schnell, ich schreibe das schnell, ganz schnell hier, Freddy. Komm, was ist das denn? Kommt eigentlich jetzt heute noch? Oder weiß man? Der kann... Der hat starke Einreiseprobleme. Aber kommt der noch? Weiß man was? Ja, wenn es klappt, dann ja. Ich hoffe zumindest. Du hast jetzt eine Rede vorbereitet, das war traurig. Ja, eigentlich schon. Pablo hatte eigentlich auch noch eine, aber der kommt jetzt irgendwie auch nicht. Ja, dann haben wir gar keine Rede. Gerne, da fehlt noch. Dazu gesagt, Toni, Maritza, Vince, Pablo, Edin, Edin. Das ist schwierig, wenn man so sagt, wenn er nicht kommt, aber naja. Wir haben halt jetzt spontan noch viele abgesagt, ne? Ja, aber die haben es mir nichts gemacht. Ja, ja, klar. Also Stand jetzt steht noch aus, Larissa und Toni, weil die meinten, sie schaffen das kurz vor halb acht. Dann Edi meinte kurz vor acht, ja, und vom Rest, diese Seite... Pablo hat gar nichts gesagt. Vince hat auch nichts gesagt. Äh, doch, Vince hat was, Vince hat was gesagt. Ja, der hat gesagt, er geht kurz vor Ende, aber... Nee, genau, das wäre gesagt. Ja, genau. Wollen wir langsam rein? Weiß nicht, dann will ich vielleicht noch irgendwie fünf, bis zehn Minuten warten? Ja, hätte ich auch gesagt, noch ein bisschen warten kurz. Weil es ist halt doof, wenn die jetzt doch noch aufwachen und die stehen dann allein und kommen dann da hinten einfach reingerammt noch. Mhm. Danke. Ich schaue mich kurz schon mal um, wenn alles da ist. Vielleicht mal begrüßen die Leute. Ja, haben wir auch mit. Was halten die alle da faul da hinten, ne? Ja, sollen wir mitkommen, oder was? Ja, ja. Hallo. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Wir warten noch ein paar Minütchen, weil sich ein paar Leute vielleicht noch ein bisschen verspäten. Wissen noch nicht, ob jetzt noch alle dazu stoßen werden. Auf jeden Fall, danke fürs Kommen. Sehr gern. Oh, Entschuldigung. Kein Problem. Da kommt, da trudelt auch noch wer ein, anscheinend. Ich hoffe, Freddy schafft es mit seinem Ding hier. Ja, wäre gut. Das muss, hätten wir alle eine Rede vorbereitet. Ja, das ist so. Lange hätten wir alle eine geschrieben. Das soll gern spontan machen, Stefan. Spontan? Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Das ist so. Das ist so. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Jetzt einfach per Mail rüber senden. Ja, das ist so. Im schlimmsten Fall. Im schlimmsten Fall. Im aller schlimmsten Fall. Hallo. Ja, das ist so. 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 Wir müssen jetzt gucken. Jetzt hat keiner eine Rede. Das ist, ey, das geht ja richtig schief schon. Eine riesengroße Veranstaltung und die zwei Leute, die die Rede haben, die die halten wollen, die sind nicht da. Das ist schlecht. Der arme Freddy. Mal schauen. Jetzt müsste ich ihn fragen, ob er die Rede zusenden könnte. Was für eine haben. Ich schau mal. So, schreib mir mal eine Mail. Ach, das ist halt jetzt echt blöd, ne? Das ist halt wirklich blöd gerade. Vom Teamchat gefragt. Mal gucken, ob er die Rede zugesendet bekommt von Freddy im Teamchat. Sonst sieht das echt dumm aus. Sonst gibt es hier einfach eine Beerdigung. Was ist das? Ohne Rede. Weil ich hab, ich hab, das Problem ist, ich hab, ich hab keine Rede oder sowas. Ich hab nichts. Ich hab gar nichts. Ich bin einfach nur hier. Ich hätte, ich hätte eine Verabschiede auch da nicht, da gucken. Was ist das? Ich geh mal mal in die Kirche oder so rein. In der Zwischenzeit. Ich hoffe, dass wir bekommen die Rede irgendwie noch, weil wenn das jetzt nicht mehr klappen soll, dann haben wir ein Problem. Geht alles schief heute. Geht alles schief. Ah, Hallöchen. Ging doch alles los. So, ab geht's in die Kirche, Leute. Da muss man halt gucken. Ich muss ja mal kommen sitzen. Ich bin auf dem Weg. Setz mich jetzt hier mal rein oder so. Setz dich ruhig. Ich möchte nicht zu weit. Really? Ich geh eins vor. Schade, dass Freddy jetzt nicht da ist. Was? Freddy nicht da. Der hat gerade Probleme mit dem Flieger. So wie es aussieht. Er hat die Rede auch. Jetzt müssen wir uns was einfallen lassen. Darf ich wieder Platz nehmen? Ja, ja, weil ich kann so ein bisschen hochrücken. Ist genug Platz noch da. Wir müssen sich nachrücken müssen. Passt schon. Wir hätten da genug Platz. Scheffe, wir haben vorne noch einen Platz für dich. Ne, ne, ich bleib lieber hinten. Abbelchehen, bleib ab. Wenn ich wenig so Tote sehe, das ist... Ach so, okay. Kannst du auch nichts sehen, ne? Ne, ich kann das nicht. Larissa, warst du das im Punkt? Du sollst als Chef vorne sitzen. Warum sollte ich als Chef vorne sitzen? Ich gehe einmal in die Menge rein, weil ich mir so denke, also wenn ich erstmal Grund bedenke, ich möchte nicht so eine tote Person so sehen, die da so liegt, so weißt du, wie die gearbeitet hat. Ich vielleicht... Haben wir es geschafft? Könnte ich auch in Re-Life nicht so... Ich weiß nicht, ey. Handle wie im echten Leben. Abstand von den Toten. Abstand von den Toten. Ein bisschen Kissen, ne? Für die Bänke. Das wäre was, ja. Das wäre ganz gut, ja. Ich bin ein bisschen weit weg von hier, so. So. Ach. Ach, besser. Was ist jetzt gleich los? Ja, Freddy kann nicht kommen, aber es ist die, es ist die, äh... Ja, wir haben die Rede bekommen. Du hast jetzt die Rede, oder? Ich habe jetzt die Rede gerade gesehen, ja. Perfekt. Hier ruft ich dann auf. Hältst du eine Rede? Ja, wie gesagt, Freddy, äh, hat Fliegerprobleme jetzt, ähm... Hat er mir die zukommen lassen, dass wir überhaupt eine Rede haben. Alles. Ich werde aber trotzdem sagen, dass die Rede von ihm ist. Das ist wichtig, dass ich das so weitergeben kann. Liebe Trauergemeinde, es geht los. Und liebe Gäste und Familie. Es fällt schwer, heute hier zu sein, und es fällt mir schwer, die richtigen Worte zu finden. Wir haben uns hier und heute eingefunden, um Abschied zu nehmen von Thomas Neubauer. Wenn die Kraft zu Ende geht, ist Erlösung Gnade. Alles hat seine Zeit. Die Zeit der Liebe, der Freunde und des Glücks. Die Zeit der Sorgen und des Leids. Es ist vorbei. Die Liebe und Erinnerung bleibt. Thomas hinterlässt eine große Lücke im Leben. Er war nicht nur ein Familienmitglied, sondern für die meisten ein Vorbild. Seine Motivation war was ganz Besonderes. Er hat die Familie vollkommen gemacht und war immer für jeden da, wenn das war. Auch wenn man dann auch mal mit einem dummen Spruch rechnen musste. Ein Mann, ein Wort trifft es, denke ich, ziemlich gut. Für ihn war Nein ein Fremdwort. Er war bei jedem Plötchen dabei, solange seine Auge und seine abgesägte Schrotbinde dabei hatte, konnte so gut wie nichts schiefgehen. Stimmt. Immer wenn es im Funk schalte, Funkcheck, wussten alle, dass Thomas wieder am Start ist. Wie es nun mal so ist, dauerte es keine zwei Minuten, bis er irgendwen anfugte und mit nichts antwortete. Irgendwie ist sad, dass Freddy nicht da ist. Das ist echt sad. Der ist nicht tot. Der ist nur fern. Tod ist nur, wer vergessen wird. Dieses Zitat finde ich sehr passend. Da ich weiß und denke, dass Thomas bei euch niemals in Vergessenheit gerät und auch niemand seinen Platz einnehmen kann. Nun möchte Herr Rumpel noch ein paar Worte sagen. Ach nee, es geht jetzt schon los. Scheiße. Ich möchte noch dazu sagen, dass diese Rede von Freddy kommt. Freddy konnte heute leider nicht dabei sein, aufgrund, dass er mit seinem Flieger Probleme hatte. Ich werde alles, was auf dem Z steht, vorlesen. Und wie gesagt, das kommt aus dem Herzen auch von Freddy. So, das sieht die Haut wieder als kalte Wasser. Was muss ich das hier? Oh nee. Soll ich das hier vorlesen? Super. So, ich zitiere. Liebe Familie, Freunde, Bekannte, leider sind wir aus einem nicht so schönen Anlass hier zusammengekommen. Wir sind hier, um zu trauern. Trauern um unseren Freund, Bruder, Kumpel, unser ehemaliges Mitglied der Führungsetage von der Saugstauer GmbH. Mit dem Tod von Thomas bricht nicht nur ein Teil unserer Familie weg, sondern auch ein Teil meines Herzen. Batan, ich hoffe, dir geht es jetzt besser und du hattest keinen langen Leidensweg bis dorthin, wo du jetzt bist. Ich hoffe, auf dich wird gut aufgepasst und du passt auf uns auf. Auf jeden Einzelnen der ehemaligen Saugstauber GmbH. Du warst mehr als nur ein Freund, du warst ein fester Bestandteil unserer Familie. Wir werden dich so in Erinnerung behalten, wie du warst und ich hoffe, du wirst auch weiter an uns denken und schätzen, wie wir dich geschätzt haben. Auf deinen Weg in den Himmel wünsche ich dir von Herzen alles Liebe und gut, ich denke mal, das soll Gute heißen und mache mir ja keinen Unsinn da oben. Ich hab dich lieb, du fehlst mir, Bratan. Ich möchte auch noch mal Worte von mir da lassen. Thomas war ein sehr, sehr, sehr großes Mitglied bei uns. Er war immer da, wenn man ihn gebraucht hat. Er war lange da, er war schon sehr lange bei uns wie in einer Familie. Ich muss auch sagen, wir waren noch immer wie eine Familie und es tut weh, jemanden gehen zu sehen, aber ich hoffe, dir geht es da oben jetzt gut und ich wollte dir nur sagen, dass wir dich auf jeden Fall sehr vermissen werden. Nun bitte ich alle einmal aufzustehen und eine schweige Minute für Thomas abzuhalten. diese Emotion zu tun. Das ist der Sound auf der Spende. Sehr ungeärgert für die Streitige Minute gerade. Das ist eine schweige Minute. Ich hole dich ernsthaft sein Handy raus. Sein Handy raus. Und weg ist es. Knistert jemand. Traummusik. Da kommt keine Traummusik. Wir sind in schweige Minute. Da gibt es keine Traummusik. Traummusik gibt es draußen, wenn er begraben wird. Gut. Freddy erst mal 50 Fehler in seiner Notiz drin gehabt. Ich wusste das echt. Das mit dem Gut war am Ende echt schlecht, weil ich habe das gelesen und dann hätte das keinen Sinn gemacht. Schon einfach gut drin. Ich sag du Guten. Einfach gut. Freddy nächstes Mal kommst du mal drüber oder den Text. Stand ich einfach da habe einfach nicht weiterlesen können, weil ich mir gedacht habe, das macht keinen Sinn Ersatz. Aber ich habe den Text nicht gelesen gehabt. Die haben mich jetzt einfach ins kalte Wasser geschmissen. Ich habe jetzt einfach vorlesen müssen. Ich konnte mich gar nicht darauf vorbereiten. Ich konnte gar nicht richtig durchlesen davor. Ekel auf die Fliegen. Ich hoffe, ich habe es trotzdem relativ okay hinbekommen. Meins war ja Freddy Rede. Ich habe dazu gesagt, dass das von Freddy seinem Herzen kommt nicht von mir. War wichtig. Ein bisschen an der Polizei hat das besser funktioniert. Der geht so langsam deshalb. die Schuhe Das könnte ASMR sein von den Schuhen her. So muss jetzt so gucken wegen den Waffen. Ich warte bis sie aufgestellt haben. Au. Ja, ich bin runtergefallen. Ich muss ganz kurz zu meinen Leuten. Wie machen wir das jetzt wegen denen? Ihr wisst schon was? Ja, ja, du holen. Wir sollten jetzt schon holen. Am besten, oder? Ich hole nur ganz schnell ein Fahrzeug her, wir brauchen ganz schön eins. Sobald dies dann beendet ist, kann sich dann jeder, wenn er natürlich möchte, nochmal in Ruhe von ihm verabschieden. diese Geste mit den Händen. Das weiß ich gerade gar nicht. Weiß jemand, wie ich diese Geste mache mit dem überkreuzen? Cross Arms? Ich würde es nichts Falsches eingeben. Weiß jemand, wie das geht? Ich weiß es nicht. Achso, ähm, die, ja, nee, Guard. Guard war das, genau. Komm mit. Ich hab keins. Ich würde einfach nur angeben, die Sachen. Ich lese mal durch, was ich noch mal aufgeschrieben. Ähm, anlegen, Feuer, legt an, Feuer, so war das. Neunmal. Ich hab gesagt, wir wollten noch eins wo reingehen. machen. Macht's nur mit ne Zweierreihe. Kriegen wir uns da aufgestellt? Ja, wir machen Zweierreihe. Wie wär's denn, wie wär's denn, wenn sich einer in die Reihe hinstellt und der andere hier in die Reihe, dass man hier, ich sag mal, ne, weißt du was ich mein? Ja, wir sind doch genug, wir könnten auch zwei Reihen machen. Mit genügend Amt Es können sich ja da, können sich da auch Leute hinstellen, hier auf die und dann gegenüber, wär doch auch schön. Schön, oder? Oder da auch erst oder oben ist, es geht beides. Was? Was denn jetzt? Hallo oder was? Hallo? Hallo? Sonst gerne oben, ja. Äh, um ihm noch die letzte Ehre zu erweisen, bitte ich alle zu salutieren. Na, eine Reihe aufstellen, bitte. Darf mir das? Eine Reihe? Äh, da hinten noch ein bisschen? Bisschen aufrücken, geht das oder? Erhört ihr mich bis in die letzte Reihe? Ja. Perfekt. Ja. 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 Ich weiß wie lange jetzt. Schiff, wir gehen los. Wir können loslegen. Alles klar. Dann legt an. Feuer. 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 Feuer. Legt an. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So dann alle wieder, wo wir hochkamen, auch wieder runter. Rechts geht's los. See you again, genau. So. So eine Rede. Ja. Nun Ruhe in Frieden, Thomas. Ich denke, deine Familie wird dich nicht vergessen. Wer möchte, kann jetzt eine Einsamplette vortreten und sich in Ruhe kommen und verabschieden. Schöne mal an, ne? Schöne mal an. Die Zeit mit dir war sehr sehr schön. Obwohl wir uns immer geärgert haben. Du warst ein wichtiger Teil unserer Familie. Du musst auch immer bleiben. Beide deinen Spaß. Cool. Schritt 2 Moind доступ Beruhe in Frieden, mein Freund. Und ich werde dich nie vergessen und halte mir da oben einen Platz frei. Du immer. Mhm. Ruhe in Frieden, Thomas. Wir sehen uns, mein Freund. Lass sie mich ärgern. Mal weinen. Ruhe in Frieden, Thomas. Ich will meine Seite ganz so. Ich will sie zum Tag und Seite nicht haben. Ruhe in Frieden, Thomas. 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 Da ist es. Thomas, du wirst immer im Herzen unserer Familie bleiben, werden dich vermissen, was wird der Tag kommen, da werden wir uns wiedersehen, Ruhe in Frieden. Wenn ihr jetzt alle noch was zu sagen habt, dürft ihr dann am besten von hier einfach die Reihe durch. Das ist Real Talk, ist das so sad, obwohl das nur RP ist, Alter. Also, man heult wirklich fast, es ist so krass einfach, es ist nur RP, aber du bist wie auf einer echten Beerdigung. Du weißt, dem Typen geht es ja hinter mir, es ist nur ein PC-Spiel und so, aber es sind so Emotionen, die hast du, es ist schon krass. Aber man hat ja auch eine Verbindung mit dem Charakter, natürlich. Sagt jetzt keiner was da drüben. Wahrscheinlich. Ach, komisch. Aber die wissen schon, dass sie was sagen können, ne? Ja, war nicht. Alle schüchtern. Und traut sich vielleicht keiner den ersten Zug machen. Ja. Ich kann ruhig ein bisschen herangehen, würde ich sagen, sonst brauche ich mich so weiter zu stellen. Ja, ja, was auch zu sagen, jetzt hab ich so weit rein. Ist ein bisschen weiter voran noch. Thomas, du kennst mich, seitdem ich beim Armeer angefangen hab. Wie oft ich dich behandeln durfte. Wie oft mir deine Familie im Nacken gesessen hat. Es war eine sehr schöne Zeit mit dir. Ich hoffe, du bist jetzt an einem besseren Ort. Ruhe in Frieden. Wie langsam er geht. Thomas, auch wenn wir nicht immer auf dieselbe Seite standen, hast du doch für mich das Zeitbeginn an gefühlt immer da, seitdem ich hier eingereist bin. Und es war immer angenehm mit dir. Ich hab... Es war immer toll, mit dir zu diskutieren, zu reden. Es war ausschweifend oder sonstiges. Es war immer konstruktiv und lustig. Ähm... Ich hoffe... Ja, Thomas, das grad auch, ja. Du wirst viel Spaß haben, da wo du jetzt bist. Also... Wenn du da drauf fliegst, du bist ja immer P, du hörst alles mit. Aber du kannst halt nichts sagen. Ruhe in Frieden. Also so gesehen, seine Seele hört das ja alles noch mit, was hier los ist. Wenn man sich hier verabschieden möchte. Das ist jetzt keiner mehr verabschieden. Was ist denn da los? Was sind wir denn, Jungs und Mädels? Das ist alles... Ich glaube, da möchte sonst keiner verabschieden. Aber... Jetzt kann ja vielleicht einer für alle reden. Was ist denn da los? Warum stehen wir jetzt hier alle drum rum und keiner sagt was? Das ist so... Das ist so classic. Ah, jetzt endlich! Einer! Wow! Klatschen bitte. Thomas, du wirst ein guter Mensch. Wenn du das hier siehst gerade, wie viele zu dir halten, zu dir gestanden haben, das wirst du nicht glauben. Es sind gerade so viele Menschen hier anwesend. Nur wegen dir. Und das hat was zu bedeuten. Ruhe in Frieden. Ich bin echt viele gekommen. Schande leider nicht. Es wäre noch schön gewesen, dass ein Schande noch dabei gewesen wäre. Wer da vorbeifährt. Der Abschlepper mit dem Urus drauf. Warum finde ich sowas lustig? Ich war so ein bisschen auf der Beerdigung. Aber es ist ja so ein Abschlepper mit dem Urus drauf. Genau, wo ich das funny finde. Das ist einfach... ...es Moment. Möchte sonst noch jemand was sagen? Jetzt wäre noch der Zeitpunkt. Okay. Okay. Dann wollen sie gar nichts mehr sagen. Entschuldigung. Hallo. Ja. Wollt ihr gar nichts sagen? Oder? Wir erinnern uns ganz gerne an die letzten Gespräche mit dem Hocken und halten uns daran fest. Okay. Dann könnten wir die... ...noch mal die letzte Ehre weisen. Und den Bestatter eigentlich holen. Ich glaube, es sagt jetzt keiner mehr was. Ähm, ja. Könnt ihr machen. Alles klar. Hauptsächlich. Bestatter sind vorne mit den... ...ä, steht neben mir, hinter mir. Mhm. Ja, hinter ihm. Guten Tag. Ich glaube, sie können jetzt dann anfangen. Es hat keiner mehr was zu sagen. Und... ...ä, genau. Okay. Okay. Alles klar. Ich wollte nichts mehr sagen vorne. Keine Ahnung. Die meinten, sie wollen sich an das Gespräch letztes Mal noch. Keine Ahnung, was da passiert ist. Also... ...fand ich jetzt ein bisschen respektlos vom Kartell. Ich meine, es geht ja immer um einen Freund von denen. Sind ja gekommen. Gehe auch nicht auf eine Beerdigung. Und sag dann nichts, ne? Ist halt... I don't know. Und da haben mir ein paar Leute nichts gemacht. Würde ich niemals machen. Auf eine Beerdigung kommen und dann einfach nur blöd rumstehen und nicht mal mehr einen Abschied geben oder so. Ich denke, dass wir im Namen von Thomas sprechen können und danken euch allen, dass ihr da wart. Das ist ja so leis. Ich weiß... Ja. Auch von meiner Seite danke, dass ihr alle da wart. Verhalte Thomas im Kopf so, wie er war. Denn so wird er auch immer bleiben. Und nochmals danke, dass ihr da wart. Gut, dann gehen wir mal. Gut, dann gehen wir mal. Wo treffen wir uns jetzt alle? Wo war ich denn nicht? Sollen wir beim Anwesen? Ja. Hallo. Perfekt. Da habe ich nochmal eine Frage von euch. Das ist traurig. Aber so laufen Beerdigungen auf Relief Online ab. Also wenn euer Charakter irgendwann mal tot ist. So läuft es eigentlich fast immer ab. Also ich war bis jetzt auf... Das ist jetzt das zweite oder dritte Begräbnis, wo ich war. Also das krasseste Begräbnis fand ich aber immer noch, war das mit der Polizei. Das war... Also mit diesem ganzen Konvoi und so. Das war halt echt heftig krass. Ich werde jetzt nochmal kurz mit denen reden, was die meinen. Check. 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 Ich bin auf dem Weg. Ist ja vorbei. Schon vorbei. Kannst es hier sparen. Da. Ich fahre nachher mit dir zum Grab, okay? Ja, passt. Stimmt, es gab ja ein Gespräch und daran halten sie fest. Aber ich weiß noch nichts vom Gespräch selbst. Ich weiß noch nicht. Stimmt, die hatten ja dieses eine Gespräch, da sie einen Termin vereinbart. Ich weiß darüber gar nichts. Also ich verstehe noch nicht, wenn er sagt, er hält sich an das Gespräch fest, was das mit dem Tod von einem Mitarbeiter für uns zu tun hat, so. Also die letzte Ära weisen kann man ja trotzdem. Das verstehe ich halt nicht, wenn die kommen, sind eingeladen und so. Ich glaube, die sind Madwing im Gespräch. Ich muss mal... Ich muss jetzt mal gucken. Ganz mal zum Anwesen und schauen mal, was da los ist, genau. Das war schon... Boah. Schon keine kleinen Veranstaltungen. Ja, meine Frage, wer war denn letztens alles beim Gespräch mit dem Kartell dabei? Bei dem, wo die nichts mehr angekauft haben, oder was? Das allerletzte Gespräch, was am Freitag war. Worum ging's da? Ja, da ging's, glaube ich, eh um das Thema, aber da ging's ja um mehrere Sachen, was ich mitbekommen hab. Aber das ging um den Ankauf. Jetzt mal ne Frage, weil... ...ich mit ihm grad geregelt hab, am Grab und ich das etwas respektlos fand. Ja, wir haben's gehört auf der anderen Seite. Es hieß mal über Ecken, dass irgendwie Toni und Thomas ihre Differenzen hatten. Und, äh, ich kann mir vorstellen, dass die deswegen nix sagen wollten. Ne, also ich hab das Antwort bekommen, äh, er bezieht sich auf das letzte Gespräch mit uns. So. Also wäre es halt wichtig zu wissen, was es da genau ging. Also, wenn ich das richtig weiß, waren das doch Ryan und Olli, oder? Die das letzte Mal mit denen geredet haben. Achso, ja. Das letzte Gespräch mit Führung, zur Führung, war Olli und Ryan. Ne, ich glaube, dass sie das letzte Gespräch mit Thomas meinen. Ja, ja, klar. Und nicht das letzte Gespräch mit den Führungen. Das war, das war danach, nachdem Ryan und ich mit denen geredet haben. Ja, das stimmt. Ja, aber die meinten, sie, ähm, halten sich an das letzte Gespräch, weil ich gefragt hab, ob die sich noch verabschieden wollen. Na gut, aber... Weil ich war ja da alleine und dann wird man es halt nie herausfinden, was da passiert ist. Na gut, okay. Ich verstehe nur nicht, dass die überhaupt dann zum Begräbnis kommen. Hm. Macht für mich eben keinen Sinn, wenn sie den eh nicht leiden konnten, so. Treffen wir uns alle im Besprechungsraum, oder wie? Ne, also wenn das eh nicht um das geht, wenn es um etwas ganz anderes geht, dann ist es eh egal. Aber es wäre halt gut zu wissen, was im letzten Gespräch vorgefallen ist, wenn das jemand weiß. Also was, was keiner was drüber weiß, dann ist es eigentlich egal. Also ich kann dir halt nur sagen, dass es mal von, ich weiß nicht, wer das jetzt gesagt hat, aber es hieß wohl, dass Tony und Thomas in der Vergangenheit diverse Differenzen hatten bei irgendeinem Gespräch. Ja. Und, äh, dass Tony wohl enttäuscht oder, äh, irgendwie sowas von Thomas wäre und dass er ihn, ja, nicht mehr verstehen könnte. Okay. Ne, ich hab jetzt noch nicht verstanden, wir standen hier, keiner hat mir was gesagt. Mhm. Da bin ich ja rübergegangen zum Quartell und hab gefragt, wollt ihr euch gar nicht verabschieden? Mhm. Und da kam mir diese Aussage, ja, ähm, wir halten uns in unser letztes Gespräch oder sowas in der Art. Aha. Da hab ich mir nur so rübergemummelt und da dachte ich mir auch so, also, ähm, wenn ihr den eh nicht leiden könnt, was macht ihr dann hier überhaupt so auf die Art und Weise? Weil wenn ich eine Einladung kriege und dann stehen die da rum und sagen nichts und so. Es ist halt schwierig, ne, äh, gerade wenn man ja diese Anti-Geschäftsbeziehung, die wir nun mal haben, dann halt einfach jemanden, mit dem man halt auch in der Führung gewisse Geschäfte abgewickelt hat über Monate, dann einfach so stehen zu lassen und sagen, die sagen nichts. Äh, Chef und Wein, hättet ihr nochmal kurz fünf Minuten Zeit? Äh, wo genau? Am Hauptplatz? Äh, ne, am Anwesenden, wir müssen nochmal zum Supreme Court. Jawohl, jawohl, ich wär schon da, ich bin im, äh, Wohnzimmer. Perfekt. Weißt, weißt du, ich mein, diese, du kommst halt hin, man hat diese Geschäftsbeziehung, man hat mit dem zusammengearbeitet. Dann ist man den da doof liegen und steht halt im Endeffekten da. Ja, wie gesagt, ich, ich fand halt, ist übelst respektlos, ich denk mir, die wurden ja eingeladen und wenn sie auf keinen Bock haben, wenn sie schon so überhaupt keinen Bock auf die Person haben, dann sollen sie einfach nicht kommen, weißt du? Wobei, was man sagen muss, was ich schon komisch fand, ähm, es hieß ja, irgendwie hat das im Funk dann gesagt, äh, Herr Butch, also Henry Butch und Jenny Müller haben ja geheiratet, die sind ja beim Kartell. Und es soll wohl, äh, Pizzeria und noch andere eingeladen worden sein und wir haben davon nichts mehr gewusst und wurden auch nicht eingeladen. Ja, also, ne, es ist wahrscheinlich für die ist das nur Geschäftsbeziehung. Ich glaube auch, die können, ähm, seitdem wir so öfters Gespräch mit denen hatten und seitdem wir diesen Vertrag und so aufgesetzt haben, können die uns privat auch nicht so leiden. Ich glaube, ähm, das ist rein nur geschäftliche Beziehung, du merkst es eh. Ähm, ich bin ein herzlicher Mensch, weißt du, wenn, wenn jemand stirbt, dann denke ich auch an die Person und die Leute, die drunter leiden. Ja, gleich. Und dann stehe ich nicht rum und, und bin so respektlos und sag dann nichts mehr dazu und sag dann, ja, ich, äh, halte mich an das letzte Gespräch mit der, dann denke ich mir so, was macht ihr dann hier überhaupt, dann verpisst euch doch einfach. Ja, ja, einfach so ein stilles, und wenn es nur in Ruhe und in Frieden war. Weißt du, wir, äh, die wurden ja von, von, von uns ja eingeladen, dann sollen sie wenigstens sagen, wir hatten mit der Person kein gutes Omen, dann passt das, dann sollen sie halt nicht kommen. Aber ich, ich, ich gehe, ich gehe nicht auf ein Begräbnis von einer Person, die ich nicht leiden kann und stehe dann respektlos da und, äh, erweise keine Ehre am Ende des Tages, das würde ich nicht machen. Es ist eine, es ist eine Sache von Anstand. Aber gut. Ja, ja, und wenn sie nur Ruhe und in Frieden gesagt hätten. Genau, ja, sie hätten ja nicht mal irgendwie, sie hätten einfach Ruhe und in Frieden oder irgendwas sagen können, das macht man halt nicht, dass man da blöd rumsteht oder nichts macht, ne. Aber gut. Ich muss jetzt mal raus. Ja, ja, ich komm mit. Also, die, die sich fragen, was jetzt mit dem Charakter passiert, ähm, er verletzt halt das Projekt komplett. Dass Toni irgendwie ein bisschen pissig war, irgendwie, weiß ich nicht. Äh, mir kommt vor, der ist öfters pissig. Nicht nur, nicht nur jetzt, der ist öfters ein bisschen, also, ich weiß nicht, der, ich glaube einfach, der hat vielleicht privat zu Hause Probleme, ich weiß es nicht, aber mir kommt der immer so, I don't know vor. Äh, ich helfe einmal in Maybach. Äh, hinten. Ah, okay. Lass schon, wir reden hier. Hallo. Tschüss. Ja, es geht drum, weil, äh, Ding, Thomas hat ja kurz vor seinem Tod, also wirklich sehr kurz davor, noch ein Testament geschrieben. Mhm. Dann hat es beim Supreme Court abgegeben. Oh, okay. Aber das ist... Deswegen war es auch so 90% Selbstmord. Glaubst du? Er gibt sein Testament ab, eine halbe Stunde vorher, fragt dann nach einem Autorennen und stirbt dann bei dem Autorennen. Warum soll er sowas machen? Ja, aber, äh, also, ich glaube ja schon ein Zufall, aber ist das nicht ein großer Zufall? Also, keiner gibt eine halbe Stunde vor seinem Unfall ein Testament ab, das kann ich dir schon mal sagen, also, das ist... Ist richtig. Aber ich frag mich nur, warum er sowas machen sollte, er hätte es nicht nötig gehabt. Das weiß ich nicht, absolut nicht. Ja, also, OECS, so, er verlässt das Projekt. Also, wie es ja hieß, war er auch nicht angeschnallt und sowas. Das ist auch der Grund, warum er auch hier nochmal das erste Ehre bekommt, ne? Also, ist alles ein bisschen... Also, er hat keinen Bann bekommen, oder so. Alles gut, es wurde keiner gebannt, oder sonst was. Er ist von selbst gegangen, also geht von selbst. Hat seine privaten Gründe, aber auch privat, zeittechnisch. Ist halt, ja. Ich find's halt, das ist schade. Und man sagt ja immer, ein Reichen soll man nicht aufhalten, das ist ja nur ein Spiel, ne? Das ist ja nur ein Game. Wir haben Sachen im Leben, die wichtiger sind, als ein, äh, RP-Spiel, ne? Nein, es ist halt so. Gibt halt eine wichtige Sache im Leben. So. Aber er hat ein Testament hinterlegt, also, äh, ne halbe Stunde vor dem Unfall. Bin gespannt, was da drin steht. Da bin ich sehr gespannt. Will das jemand von euch ansprechen, oder? Ist egal, ich weiß nicht, hat er, hat er das auch ausgestellt, dass wir das kriegen? Also, die Familie, oder? Das weiß ich nicht, das wissen wir nicht. Mein Testament kriegt eigentlich nur die Familie, Familie aus. Er hat irgendeinen Namen draufgeschrieben. Das ist jetzt halt die Frage, Frage. Stopp, 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 stopp. Guten Tag, wie kann man euch weiterhelfen? Ähm, ach, ich hab noch, ich hab noch meine Machete dabei vom Dings, ich muss die wieder zurückgeben. Ja, perfekt, die hab ich auch noch dabei. Ja. Moment. Ich hab ja eh nix für da. Ja, ja. Bitte was? Ich hab noch eh nur ne kurze Frage. Die meisten machen sich einmal zurückziehen, bitte. Dürfen wir die Machete mitnehmen, oder? Wir hören uns. Nein. In den Kofferraum. Ja gut, da geh ich nochmal. Tschüss. Ich hab das voll vergessen, was ich noch dabei hatte. Aber nicht, dass die suchen und einem immer eingesperrt. Ich hab jetzt nichts gesagt. Ja. Also was ist denn hier? In den Kofferraum. Kofferraum! Problem, ich hab auch noch andere Sachen dabei. Ist doch egal. Ist doch egal. Das passt leider nicht in den Kofferraum, glaube ich. So groß ist das, ist der Kofferraum nicht. Das ist kein Bus. Ja, dann schmeiß ich halt die Machete da vorne irgendwo in den Busch rein. Ist mir doch egal. Soll ich das nächste Kind nehmen und damit spielen. Oh, ich hab ne AK-47. Wo hab ich die denn her? Keine AK- Oh, doch, ich hab ne AK-47. Ich schmeiß die doch einfach weg. Oh, scheiße. Ich hab noch ne AK-47. Das darf ich die reinheben. Ich hab auch... Da ist kein Platz. Das ist das Problem. Ja, ich schmeiß einfach alles in die Ecke. Soll ich ein Kind aufsammeln. Ist mir doch egal. Da liegt jetzt ne AK-47. Ohne ein Gewehr am Boden. Ohne ein Gewehr am Boden. Ohne ein Gewehr am Boden. Ich hab's einfach da hinten hingelegt. Aber ich kann mal eine 110 Kusch nicht auf dem Boden werfen. Ich hab' ja auch nicht auf dem Boden werfen. Ohne ein Gewehr am Boden. Ohne ein Gewehr am Boden. Ohne ein Gewehr am Boden. Aber darf er mit dem neuen Char auch zu ansieben. Er macht keinen neuen Char. Er verlässt das Projekt. Komplett. Mila, dank für ein Euro. Robin, dank für zwei Euro. Alter, hier muss Frost heulen. Feist die Alien. Dank für zwei Euro. Habe ich noch irgendwas dabei? Ne. Passt. So, jetzt haben wir es. Perfekt. So, dann kann der andere mal zu mir kommen. Achso, die andere mal zu mir. So, einmal bitte umdrehen. Du suche sie auch einmal. Sag mal, dann gleich ob ihr da drin durchsucht werdet. Du weißt, ich probier's gar nicht. Ja, der Schlagstock muss ich ihn einmal abnehmen. Soll ich dir fix irgendwas abnehmen? Ich hab aber oder dringend. Ja, aber wunderbar. Ist es weit in Ordnung? Sag ich ihn gleich, ich fahre noch auf die anderen. Wunderbar. Alle da sind, weil ich weiß jetzt nicht. Weil ich kann Ihnen ja sagen, um was es geht. Es geht um Testament. Aber ich weiß nicht, auf wen das ausgestellt ist. Wir wissen nur, dass es ein Testament hat. Also Thomas. Muskete. Springmesser. Ja, dann können wir gleich in den Büro gehen. Darfst du dich dran lassen? Kann ich das einmal verlesen? Muskete muss ich wegnehmen, dann springmesser, gell? Ja, ich sag's ja noch. Aber was fehlt noch, Alter, ne? Wir sind jetzt schon einmal Jubiläer, also gib mir, keine Ahnung. Einmal ja. So, es passt zu. Du kommst gleich nach Besuch. Mhm. Okay. Okay. Äh, vorne oder hinten? Äh, vorne, also beim Haupteingang. Jo, warte. Äh, Feist, die Alien, danke für 2 Euro. Und Freddy mit 90 Cent, danke Freddy. Ist das der echte Freddy mit 90 Cent? Bin ich gar nicht gewohnt, von Freddy mit 90 Cent zu bekommen. Patrick, äh, Buwe, danke für 4,90. Raphael, Willems. Bist du der beste, war weiter so, dankeschön. Äh, MX, äh, MXRcheli. 23, danke für 1 Euro. Äh, Zon, was, Zon, Zonon, ist das richtig? Zonon, doch. Vielen Dank für das Team, sich auch zu danken. Zions, sein linker Fuß. Hi, ich bin schon seit 4 Jahren dabei und du bist einfach der Beste. Konnte dir leider noch nie spenden. Könntest du mich grüßen? Ich heiße da, Danielo. Grüße mal Danielo, jawohl. Ne, Danilo, nicht Danielo. Danilo ist das Richtige. Danielo. So, LiquidPlace.at, hast du mein Bild auf Instagram gesehen? Äh, wollte mal wissen, was du zu sagst. Dein noch nicht, müsste ich gucken. Was soll das? Aber Instagram ist sowieso immer ein bisschen blöd. Wegen Bilder und ist immer so ein bisschen aufwendig. Weil ich oft markiert werde, sehr viele Nachrichten bekomme. Manuel Redcar, kannst du noch eine Rede machen? Habe ich doch gemacht vorhin, Manuel. War sehr cringe. Urbis oder Urbizet, danke für so viel lustige und spannende Streams. Ich habe zu danken fürs Dabeisein. Rosa Panda auf einen guten Stream. Love you. Liebe geht zurück. Der 1 zu 7 Boss, danke für 1 Euro. Ich hatte die letzten zwei Tage öfters hier Termine, als mein ganzes Leben davor. Uff. Gut. Dann. Lol X Xion, danke für 2 Euro. Flachwitz. Treffen sich zwei Kerzen, fragt die eine, was machst du heute? Sagt die andere, ich gehe aus. Fangt einer mal an. Also Herr Rumpathurm sagt, es geht um mein Testament. Ich nehme an, es geht um das Testament von Herrn Neubauer. Genau, Thomas Neubauer. Das kann ich euch einmal verlesen und gegebenenfalls auch einen von euch dann weiterleiten. Wurde das an jemandem ausgestellt, spezifisch? Stehen da Namen dabei? Okay. Ja. Auf einmal kriege ich das Auto von ihm. Ich schenke dir meinen Bugatti. Nee. Er schrieb, hiermit gebe ich Thomas Neubauer meinen letzten Willen bekannt. Mein ganzes Vermögen Autos, Immobilien, Bargeld. Konto wird alles Jenkins Martario vermacht, in vollem Umfang. Ihm steht es frei, es anzunehmen und abzulehnen. Sollte dies abgelehnt werden, wird alles an Liam Packett weitergegeben. Mehr hat er nicht geschrieben. Wem kann ich das Dokument halt dann auch nochmal geben? Was? Das, was ein Dokument? Oder wollt ihr alle vier es haben? Ja. Also wenn da nicht mehr drinsteht, dann... Also ich brauch's jetzt nicht. Ich dachte nur, dass hier irgendwie was anderes noch drinsteht. Ja, ich hatte auch offenbar, dass da vielleicht uns mehr dazu bringt, warum. Nee. Sorry. Das ist das Einzige, was drinsteht. Das ist traurig. Und möchte jemand das haben? Also ich brauch's auch nicht. Ist ja eigentlich nur drin, wenn er das Konto übergibt, aber steht da nichts Persönliches drin, was... Null. Ja, dann ist das, ne? Ja, dann ist es. Schade. Ich würde euch da echt gerne weiterhelfen, warum, weshalb, weswegen, aber das Einzige, was ich sagen kann. Er kam zu mir, wollte das Testament ausstellen, hat sich danach erkundigt und kurze Zeit später hab ich ihn dann im Krankenhaus auf der Trage gesehen und hab nur am Rande mitgekriegt, dass es, glaub ich, ein Unfall war. Mehr kann ich euch leider nicht sagen. Ich war auch nur per Zufall im Krankenhaus. Wir glauben eben nicht, dass das ein Unfall war, wir glauben, dass es mit Absicht war. Also, Zufall, ich fand's meiner Meinung nach auch sehr komisch, zumal er wirklich war vielleicht eine Dreiviertelstunde, Stunde vorher bei mir war, bezüglich des Testaments. Und, äh, ich den dann halt im Krankenhaus gesehen hab, äh, auf der Trage. Ja, ah, das ist ein bisschen komisch. War auch für mich sehr komisch, aber, ähm, gut. Okay. Na gut, dann vielen Dank. Es wäre schön, wenn ihr den Herrn Matario sehen würdet, dass er sich dann mal melden sollte, bezüglich des Testaments. Wenn ihr das nicht halt ab, äh, also dann klärt mit ihm. Ich weiß nicht, ob er überhaupt noch, äh, also er ist zwar noch da, aber ich glaub zuletzt war er vor zwei Jahren gefilter. Ja, wir müssen nur kurz was holen. Ja, 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 ja. Ich, in den letzten zehn Monaten hab ich ihn einmal gesehen. Hm. Da wird's schwer. Wird schwierig, ja. 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 Ja, vielleicht erreicht ihr ihm per SMS, Mail oder sonstiges. Ich, ich, schaut dann halt mal und, ähm, euch auch noch mal von meiner Seite mein herzliches Beileid. Schön. Danke. Danke. Gut. Dann wär's das los, ja. Aber er war ja nicht alleine bei mir wegen dem Testament. Er hat ja noch irgendwas dabei gehabt. Ja, ja, aber der weiß leider auch nicht mehr. Ja, okay. Gut. Gut, dann. Dann sage ich jetzt nicht tschüss, weil wir den selben Weg wieder runtergehen. Äh, ich hab mich jetzt neu eingetragen, dass ihr euch beide hinterher bleiben könnt. Ja, ich geh. Ja. Achso. Nichts für einen. Was? Wer, wer braucht einen? Ich. Danke. Gut. Gut. Tschüss. 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 Ja, schade, ne? Ja, ich hatte jetzt halt gehofft, da steht drinne, dass es wirklich, äh, Selbstmord war, aber... Ich hoffe, dass niemand mit dem Bus gefahren ist. Ich hoffe, dass niemand mit dem Bus gefahren ist gerade. Da liegt nämlich noch was an der Bushaltestelle. Naja, in der Tat. Bei mir steht auch, bei mir liegt auch noch hinten was im Bus, ich geh noch mal hin, warte vor, dass sie mir wegnimmt. was? auch weg alles weg ja auch mit dito hat ein kind mitgenommen ja echt so ich sage ja bus kam gerade morgen kommt einfach dieser karl heinz und hat einfach alles dabei ich bin hier bus gefahren und danach das einfach so ein kleines angestellten bitte nicht warum ist was ich von dem weiß ist dass die haben den abschießen wollen weil der sein den zieren damals dann bin ich mit dem hinterher gefahren für eine halbe stunde ja klar da habe ich den wagen da ins parkhaus gestellt und ich den zieren geklaut aber das war so eine geile zeit richtig geil fahr über trip haben wir vorgelesen ja wohl ich sagt jetzt haben wir die frage stellt sich immer noch was mit dem kartell passiert ist muss ja echt kracht haben ziemlich geklacht haben ich glaube dass das das gespräch verbunden da bei der nicht versicherung führerscheinstelle dass sie das meinten das glaube ich das ist das einzige gespräch woran ich mich erinnere was irgendwie negativ gehaftet war ich könnte so mal anrufen und fragen dass das gespräch was er gemeint hat weil nicht dass er jetzt das gespräch meint was jetzt am freitag war genau jemand da rein und was dann habe ich meine rein warum weil es war so was doch dabei oder ja das wurde zumal wir mal davon sachen abgeklärt wie wir das jetzt machen mit dem verkauf aber da muss ich fragen was das bei rausgekommen kurs machen wir so im prinzip dass wir da bei bestimmten menge erst hingehen und sprich nicht sagen wir gehen mit 200 oder so dahin das ist ja aber hat er hatte irgendwie rum gemeckert oder so weil wir uns halt ein bisschen beschwert haben das hat keiner wieder gekommen ist es ist ehrlich doch mal das problem mit dem mehr vereinfachen dass da halt die kartons immer so groß sind und deswegen wissen wir nicht hat mitnehmen kann dass man da halt termine hat und die haben halt auch bestimmte eine bestimmte anzahl von leuten über denen die sachen an den dealer da verkauft können und dann müssen wir halt auch dann termine ausmachen weil die hat mehrere leute wohl brauchen eine frage koca kannst du auch so viel tragen wie du willst ne ist es nur ist nur bei kusch ja ist nur bei kusch koca ist glaube ich noch wie gras noch schlimmer als mir 20 20 koca kannst du tragen also 20 päckchen kokain ich glaube 200 kilo hast du gepackt ne genau 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 und bei weed kannst du auch genauso viel tragen also hier von der kras plantage wurde flippen muss ja arbeiten muss so wir waren gerade für das ist auch das testament gucken leider schon nichts wirklich viel drin sehr schade also es gibt nichts zu sagen bisschen ruhig hier ach du weißt gerade nicht die stimme noch ein bisschen hier da ne ist ein bisschen ich glaube thomas hätte es nicht gewollt dass wir hier so das ist eigentlich was überlegt ich weiß ja nicht ob das immer noch steht von euch was denn das gleich gesagt dass thomas nicht wollen würde dass wir jetzt hier einfach rumstehen die kann hingelegt für mich abgeholt und thomas hat immer action gemacht deswegen sollten die sich einen bankplan überlegen der richtig reinfällt fällt aber aus da die bank freundschaft gemacht oder was anderes ich habe es heute auch schon gemacht ja ich meine ich ja also video von draußen unterstützung also backup also der hauptpunkt dabei war einfach im prinzip was ich mir gedacht habe wenn man halt aus der bank raus geht und halt die flucht antritt dass man einfach wirklich die cops mehr oder weniger anschreit mit für thomas ich glaube das hätte er gefeiert der plan war ja ursprünglich im walmart einen hinterhalt zu machen mit möglichst vielen leuten genau und das dann mit dem für thomas auszusprechen und dann dementsprechend zu handeln also sollten eigentlich bloß so zwei drei mann sollten die kleine flieger machen um sandy dann die flucht antreten so viel polizei wie möglich mit hinterher ziehen zum bäumen wo wir dann schon oder er größere teil dann drin erwartet auf die wenn sie stürmen dass wir sie dann schön unter beschuss nehmen für thomas dem typischen spruch für thomas genau was hat das hat dann thomas davon glaubst du der hat dann ein paar freunde oben mehr die ganzen cops ja ne aber der hat dann seinen spaß da oben wenn er die cops noch mit da hat der lockt sich da oben ein ins fäustchen kann man die cops da oben jagen noch ich weiß jetzt für thomas da also jetzt nur leute anlocken das finde ich fast schon etwas schwach als da so fallen stellen i don't know ich bin da ich bin da eher so ja wie soll ich sagen kann ja brutal sein aber wir wollen wir haben noch kein wir wollen jetzt hinterhältig sein oder das ist doch eine scheiß aktion ja es stand halt auch noch im raum die station zu raten das war halt auf nebenplan gewesen quasi bloß da waren wir halt am samstag zu wenig gewesen dafür und deswegen hatten wir halt umgeschwenkt dass wir sagen okay wir setzen dann den bank raub rein und schauen dann dass wir unsere minderzahl die wir derzeit hatten irgendwie ein bisschen geschickt damit ausnutzen was dann wiederum auf dem walmart rausgelaufen ist dass wir da die deckung nutzen können die wir haben du hast halt nur den eingang den du leicht überwachen könntest ja deswegen ging es halt in die richtung damit plan einfach um zu gucken dass wir die die manpower die wir dort oder am samstag zur verfügung hatten geschickter nutzen ja also also das mit dem mit dem mit dem mit dem aushebeln vom vom pd finde ich ganz lustig eigentlich das kann so vorstellen hat hat schon einmal geklappt ist schon lange her jetzt aber das pd aussehen damals waren wir zu sechs und das sind jetzt auch er war ins bild bedenke es ist viel mehr kostet nach stadt siehst in jeder ecke jemanden das geht ja das war halt auch unsere bedenken und dass sie natürlich auch unmittelbare schussfreigabe haben also da habe ich das dahingehend auch geändert hatte brauchen wir jetzt nicht mehr rufen es reicht ja wenn sie da die waffe sehen können sie ja weil wir könnten wir können uns einfach reingehen mit geisen ist dann schwerer wir bräuchten ja definitiv mindestens einen der uns alle türen öffnen kann eben ja packst du dir schon mal packst du den kopf ins auto einfach irgendwo außerhalb einen einpacken ja genau das ist aufmachen dann macht er auch durch die ist durch die hintertür rein wo es keiner mehr oder seitlich durch den eingang im grund was könnt ihr im prinzip eigentlich passen ich wollte mich heute nicht in jahrs erwarten kann man mitnehmen als er meine sachen mitgenommen die überlegung war halt wirklich dass wir uns dann auf der oberen etage also auf der zwischenetage verschanzen beziehungsweise dort positionieren weil da hast du die aufgänge mit wenig man sofort im blick und wenn sie da probieren zu stürmen die treppen hochkommen haben sie eigentlich so gut wie keine chance also ich finde das mal wieder eine geile idee aber seid sehr 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 mit vorsicht zu genießen das ganze also da müssen wir wirklich überlegen wir das machen den kopf einpacken und den halten so ein bisschen zappeln lassen dass man halt nicht direkt dahin fährt weil ich glaube dann sind die halt so auf wache so einer wird irgendwo entführt besten und man macht wirklich so dass man vielleicht im kopf guckt so ein bisschen köder und zwar jemanden der random umfährt oder wird man schaut einfach wenn eine verkehrsanhaltung hat weiß was ich meine bei einer verkehrsanhaltung ist denn mit in der aussteig gerade das wäre gar nicht mehr so schlecht weil wir dann schnell haben dann fragt er keine sau mehr danach oder menschen einpacken zwei leute oder so eine kleine geißelnahme mit einem kopf machen und da dann die aufmerksamkeit auf die geißelnahme des kollegen ziehen und man sich so dann die hauptgruppe dann dementsprechend sich auf spiel konnte könnte konzentrieren oder was das wäre ich sag mal ein bisschen die ecke gedacht ihr holt euch zwei cops ihr braucht halt einen von einem hohen rang und einen scheißegal den scheißegal kopf dann macht ihr eine geißelnahme draus und wenn ihr mp dealer habt dann werden die halt nicht nur zu zweit auftauchen sondern werden die halt fast alles machen dass sie den da rauskriegen während das passiert gehen zwei leute mit dem anderen kopf ins pd rein und räumen das ding einfach noch mal leer aber diesmal wissen die nichts davon ich bin jetzt noch mal da ich bin schafft toilette drückt das also pd wieder machen das ist ja mal heftig ne also soundbag rein machen das bleibt jetzt für mal draußen ich gehe mal ganz kurz auf klo leute ich bin gleich wieder da gleich wieder back am start leute ganz schön kurz klopause und schnell was zu trinken holen so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 eine richtig geile Idee, Untertitelung des ZDF, 2020 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 weil ansonsten sieht er dich ja. Genau. Okay, dann machen wir das nochmal. Warte, ich bin gerannt, sorry. Wie er läuft. Hallo. Grüß Sie, können Sie bitte das Fenster runter machen? Nehmen Sie gerne nach oben, oder wir tasern Sie. Hallo, ich hab dir nichts getan, ja? Kein Panic Button, kein Panic Button, sonst schieß ich dir deinen scheiß Hedel weg. Du blöder du. Ich sehe das Problem mit den Führungen. So, ist das gut so? Da ist die volle Aggression eines Korps. Ich wollte das sagen, das ist die volle Aggression. Du blöder, da ist das. Ich weiß wirklich, Rollo, du, also quasi der der hinten aussteigt, müsste mit dem Falte direkt, also könnt ihr ja auch machen, ne? Es ist schwer, ja. Warte mal, wir wechseln mal. Rollo steigt immer Fahrer ein. Rollo steigt immer Fahrer ein. Das krieg ich drüben noch mal. Das krieg ich auch noch mal hin. Ja, ich würd schon warten, bis er die Hände nach oben tut, oder? Ja, danke. Aber warte, ich hab meine Waffe nicht, warte ganz kurz. Weil wir müssen, wir müssen, ey, wir müssen dem Kopf ja auch ne gewisse Chance lassen, also direkt hinten aussteigen und festnehmen. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich würd den natürlich erstmal ein bisschen behindern, oder? Also ich würd den erstmal wirklich bedrohen, weil sonst... Ja, ich würd den auch erstmal bedrohen, bis er die Hände nach oben gibt. Grüß Sie, können Sie das Fenster runter machen? Nein. Nehmen Sie die Hände nach oben, oder ich schieße Ihnen den Kopf weg. Nehmen Sie die Hände nach oben, kein Panic-Button, kein Panic-Button. Genau so. Das sollte klappen. So wird's am besten aussehen. Das sollte gehen. Wenn er einen Panic-Hämmert, dann schießen wir den Kopf weg. Das ist selber schuld. Und selbst wenn er einen Panic-Hämmert, ganz ehrlich, wir sind dann so schnell mit ihm im Auto und fahren einfach weg, da können die Cops nichts mehr machen. Ja, das stimmt auch wieder. Boah. Das ist echt ne gute Idee gewesen, mit dem Anhalten und dann doppelt drin. Ich würde mir vorstellen, dass der auch dauerlich so geeignet hier liegt. Chef? Was? Der ist schlecht geeigneter Wagen, aus dem Grund, weil der sehr hoch ist. Wir müssten rüber. Ja, war doch jetzt nur zum Test. Was haltet ihr denn von S-Coupé? Das hat ne Beschleunigung wie ein Gott. Und das ist ein Tiersitzer. Ja, Problem ist, da, jawohl. Die Scheiße. Stimmt, da hast du noch nicht einmal hinten ne Tür. Eben, das ist halt das. Du hast ja diese Klapp-Sitze. Kannst du da eine Person mit einem schön reinsetzen? Kannst du, hab ich schon probiert. Geht. Das S-Coupé ist halt ideal, weil ihr direkt weg seid. Hat das einen unauffällig, weil ich hab's dann auch. Ich hab's in schwarz. Meine ist weiß. Mit schwarzen Anhalten. Na hol deine, du bist dann nicht weg. Er damit. Ja. Ja gut, halt mich, ne? Ja, warum, schau dich nicht? Ja, passt. Geh dir dann meine. Ja, vielleicht braucht das psychologische Gespräch gar nicht so lange. Dann kann ich auch nochmal dazu kommen. Sag einfach, du bist psychisch krank, das hast du eingesehen und passt. So oder so schon. Ja, oder du fährst jetzt schon hin. Vielleicht kannst du jetzt schon dran genommen werden. Die Frage ist halt. Leider halb. Was für ein Outfit tragen wir bei der Aktion ist die Frage aller Fragen. Ohne Moment, ich hab ne gute Idee. Jetzt kommt's. Großer Tütü. Bin ich Powerpuff Girls, ey. Powerpuff. Powerin the Outfit. Brauchen wir dann noch einen zweiten COP und müssen wir noch ne Ablenkungsaktion starten oder reisen wir mit diesem einen COP zum PD und fordern einen hochrangigen an? das könnte wiederum weil du hast viele eingänge die können halt von unten wir sind ja auch genug Leute, weißt du wie ich meine wenn wir uns wirklich auf der Zwischenetage befinden und haben einen Verhandlungspartner draußen stehen und sagen zu dem pass mal auf, unter drei Sternen auf der Schulter möchte ich nicht mit dir reden und der muss da mitkommen und die Türen alle aufmachen ich sag mal dann kommen wir rein aber wir werden nicht mehr rauskommen wir könnten können wir vom Dach springen mit dem Fallschirm ich hab gerade überlegt ob wir in der Zwischenzeit einen Heli oben auf dem Dach landen weißt du geht auch nicht ne, geht auch nicht hat halt fast schon gefühlt jeder bei uns Maske kann sich ja jeder am besten noch vielleicht dann selber was suchen oder hat ja bestimmt auch schon jeder und dann unauffällig schlicht aber hat trotzdem irgendwas ähm, was ist das für ein Outfit? hast du da die IDs und alles? äh, könnte ich mitkommen also könnte ich kurz zum Ding fahren und in den E-Mail-Verteiler schicken ja, dann macht das kurz wer macht das mal dann bin ich nur kurz unterwegs was, was, was ich mich jetzt halt frage ist wie viel Sinn macht die Ablenkungsaktion zum Beispiel ins Handy und das ist weit genug weg ja, so dass die Polizisten hier noch Fahrtstrecke haben alles aber wie viel Sinn macht die dann noch? also Ablenkungsaktion Ablenkungsaktion brauchst du doch eigentlich gar nicht, oder? außer der drückten Panic irgendwie, aber dann sind die ja schon abgelenkt ja, das ist gerade meine Frage, genau ja, aber dann fahren die fahren ja alle dann zu dem einen Spot hin das ist ja das meinst du, dass wir also du meinst, dass wir die Anhaltung ins Handy machen sollen? nee, genau das ist gerade der Punkt der sich mir jetzt aus der Situation hier gerade noch nicht erschließt du meinst die Geiselnahme eines unteren Cops die irgendwo stattfindet wo sich dann die Cops da eigentlich versammeln richtig, richtig und nicht im Mission Row PD dann anwesend sind genau, genau wie viel Sinn macht die dann noch wenn wir uns dann jetzt splitten weil ich meine, wir stehen jetzt hier zu 2, 4, 6, 7 ich würde mich gar nicht mehr splitten ehrlich gesagt irgendwie das meine ich damit ja, ja, nee, das macht keinen Sinn ich hätte es so gemacht wir sind alle zusammen und ich würde das jetzt machen mit diesem einen Cop den wir mitnehmen der komplett random ist dann würde ich nochmal auf die Suche gehen ob wir vielleicht noch einen hochrangigen Emo finden können vielleicht, dass wir das machen, dass sich einer halt ein bisschen quer aufstellt und sagt, ja hier mit dir rede ich nicht ich rede erst mit dem hochrangigen weil ich habe ja nichts gemacht so, die es da ein bisschen quer stellen gucken, ob da vielleicht wer anfährt vielleicht das nochmal durchprobieren und sonst halt also das aller allerletzte was wir machen könnten das wäre dann wirklich wenn wir im Mission Row sind einen anzufordern der höherrangig ist dass man da was machen könnte aber das ist dann der allerletzte Plan wenn wir wirklich keinen finden sollten äh, Pablo schief nix okay, also Team Schnelle Geiselname steht dann jetzt quasi schon mal fest naja, Stiezel ich gehe nochmal sang wir machen ja alles zusammen hätte ich gesagt es bringt sich jetzt nicht auszuteilen ja, aber wir müssen uns ja irgendwo dann bedeckt halten im Hintergrund meine ich ja, ja, klar, klar obwohl, nee können wir ja gleich sagen ich muss mich dann nur umziehen schnell äh habt ihr alle das Outfit was er ja vorhin gezeigt hat ne, ich hab's auch äh nö, nö, nö ich hab's auch ähnlich geht mal mal shoppen ja, geht mal shoppen ja, geht mal shoppen ja, was machen wir das mal ist alles erst auf geht's zum Shopping ich hab's ein Koffer, Alter ein Koffer so David 33 455 Abend Kurt mit diesem Arbexur viel Spaß und kauf dir was Nettes danke danke davon kaufe ich mir ich hätte der Closest Striegel okay davon kaufe ich mir eine neue Grafikkarte ja wup wup jetzt ist der Sound für Spendetag schön Robin Steng vielen, vielen Dank Florian Adam du bist was blöder von Karl-Heinzen einfach geil was dieses du blöder von Karl-Heinzen du blöder du achso vor vorhin du blöder ja nimm mal hoch die Hände blöder beste beleidigung ever du blöder ja bitte was ich bin gerade falsch abgefahren da haben wir ja gleich ein Kleidungsland vorne aber aber zu anderen sonst fahren wir alle zu dümmen so andel die Ente Fan dritte Spende danke andel des Entelfändel danke so Florian Peter dank 4190 dann Nico soll ich grüßen von Robin jawohl wann kommt wieder Karl-Heinz hätte da richtig Lust wieder anzuschauen also dieses wann kommt wieder Karl-Heinz das könnte ich mir echt auf die Blacklist setzen so langsam wenn ich da vorbeigefahren perfekt ich würde mir echt langsam auf die Blacklist setzen wann kommt wieder Karl-Heinz nee wann kommt wieder auf die Blacklist setzen wann kommt wieder das ist immer das Beste erstmal einkaufen gehen schauen wir mal was hat denn der aufgeschrieben guck mal rein also wir gehen heute ein bisschen was an so wie es aussieht ah ok Untershirt die 18 ja bist du der da kann ich immer ganz schön lang zurückgehen die 18 18 18 18 Kleiderregal 18 ja dann haben wir hier noch die 139 können wir echt lange dafür verwuppeln 139 ja cool wenn man das einfach eingeben könnte 139 dann bist du direkt da 139 so das hier war das ne in schwarz 139 Oberteil 3 das war's jawohl äh Pablo ich hab das Outfit nur mit Kette mach das was nö ok so 17 dann haben wir hier die 24 24 also hier 24 genau Schuhe 10 so hier die Schuhe dieselben jawohl ist das unser Outfit das sieht gar mal so schlecht aus finde ich ganz cool 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 ist das Outfit abgespeichert cool jetzt brauchen wir noch ne Maske Brille und ne Käppi brauchen wir noch diese Rückwärtskäppi hier ne ich wundere wegen den Haaren das machen wir dann noch weg so Käppi weg perfekt aber nur noch was zum drüberziehen aber ne neue Brille wäre noch ganz geil stimmt ne Brille brauche ich nur ne neue würde ich übelst fühlen oder ich weiß auch nicht so Ohr Accessoires braucht man nicht aber wobei gibt es sich fürs Ohr diese ne das ist nicht hier ist woanders das Sound of a Spinde das Sound of a Spinde ja das ist das Sound of a Astrid ja so Brille da wollte ich hin mal irgendwas Neues irgendwie würde ich die voll fühlen so ich nehme mal die hier her das sieht nämlich ganz lässig aus wenn wir so rumlaufen das Sound of a Astrid so das passt so dann kann ich das wieder weg machen haben wir das Outfit gespeichert jawoll ja ist da rein da so Janik Stute ist auch wieder dabei Dankeschön Janik Florian Pieter hat mir vorgelesen dann Handel die Ende Fan mein erster Spendekust dass du dein Community mit Streams unterhältst Kust geht zurück ist das denn so Kockmechter ne das ist ein echter Kopf das ist aber keiner drin soll ich mal probieren der Kofferraum ist offen und Fahrzeuge noch nehmen ok schnell weg ein bisschen eingestuhlt muss ich sagen der hatte gerade einen Code Zero anscheinend kurz hier hat der Ritt gehabt ich habe gerade gesehen wie er gerade aufgeploppt ist na guck ich fahre mal zurück ist schon creepy wenn er da so parkt und dann macht er hier so ein Dings da ist schon ein creepy guard gewesen sag ich brauche nur eine Maske auf zu Masken laden ja Robert ja so Mila haben wir vorgelesen glaube ich ne Mila das haben wir vorgelesen das Glyde Deadpool haben wir auch vorgelesen Rupel ich bin zurück vielen Damen und ja ich wir wollten nicht loswerden Larissa alles gut es ist gut Dolly danke der macht einen auf NPC ne er hat nämlich so ein normales Kennzeichen also ich bin ganz falsch gefahren perfekt genau mein Humor KilosTV liebe Grüße aus Cottbus Dankeschön zurück nach Cottbus äh Daniel Fiedler danke für den Euro auch Leon Zils danke für den Euro Trucker Baum haben wir ja vorgelesen King haben wir auch vorgelesen das haben wir alles vorgelesen glaube ich ja perfekt Jonas äh Nividomski danke für den Euro und Team Cent Team Nico bin übrigens TNR den kennen wir ja noch jawohl gut dass du sagst wer du bist dann weiß ich Bescheid TNR habe ich mir damals schön merken können genau für deine Grafikkarte das ist mit der Grafikkarte aber eigentlich nur Spaß okay Dankeschön äh für 5 Euro von David 3, 3, 4, 5, 5 ich habe eine gute Grafikkarte ich brauche jetzt keine neue ich bin mal unter und alle vor welcher Maske habt ihr 104 und die 25 nimm den Socken aus dem Mund die noch die noch Gambino ja bitte deine Bürstenpracht guckt oben raus ja 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 was naja man sitzt denn da noch ne Cappy bräuchten wir noch oder wollen wir nen Helm tragen Tank wir sind jetzt drei Viertel voll wir waren jetzt beim Helm ja ich habe 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 ja ich bin halt sicher unterwegs ne ja ich bin mal so dann quasi für die Zeit ja gut Spaß oh mein Helm werde ich haben danke komm na komplett gestört raus noch mehr Hilfe danke auf geht's zum Helm Leute wir weisen Thomas noch die letzte Ehre den wir heute jetzt nochmal richtig krachen lassen bei der Polizei heute wird richtig krach gemacht mit Christoph krachten so Christoph krachten wer ist das immer Christoph krachten wer ist das nochmal irgendwo kenne ich den Namen ich habe das immer mit Razor habe ich das immer gesagt der krachten Christoph krachten heißt der warte eben äh Christoph krachten ach stimmt das ist doch das war auch der von von Ding hier ja ist das nochmal von ähm mediakraft damals das Gesicht von mediakraft war das Christoph krachten wer kennt den noch ich habe wir haben damals immer so gelacht ja mit Christoph krachten einfach wegen diesem Namen einfach ja krachten Christoph krachten das war sparsam ja Jungs ich wusste das Name den ich nochmal irgendwo erkenne ach das war ja 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 der Christoph krachten damals noch mediakraft äh Mitarbeiter oder halt das Bild von mediakraft wenn sich so damals erinnern kann das Netzwerk mediakraft kann sich nur noch daran erinnern ich habe damals immer so biefi miefi mit YouTubern da war ja auch unge war der drin und hat sich aber so besperrt das weiß ich noch ja ja das waren die alten YouTuberzeiten Christoph krachten da kracht da kracht so das passt passt sind wir unterwegs Jungs gut dann packe ich mal meine Kiste Richtung Hauptplatz ein hätte ich gesagt perfekt perfekt so machen wir das Hube spielt mit 5 Euro was macht man mit einem Hund ohne Beine um die Häuser ziehen der ist ja auch schon alt ne ja der er war schon richtig alt Stoneman Omen auch wieder dabei Kuss und Liebe geht raus an Stoneman der Florian Spalt ist auch dabei der Robin wie verschenkt man Mitgliedschaften du musst selber Mitglied sein auf dem Kanal und dann kannst du Mitgliedschaften verschenken finde ich bei Twitch besser da kannst du Mitgliedschaften auch verschenken also dieses Prime oder so nicht Prime ich glaube ich wieder scheiße auf Twitch kann man zum Beispiel verschenken ohne dass man irgendwie selber Mitglied ist aber auf YouTube musst du selber Mitglied sein und erst dann kannst du verschenken also verstehe ich die Logik auch nicht so ganz aber ist so so Jonas Nividomski haben wir ja vorgelesen genau das haben wir auch vorgelesen Team Nico Abendzeitlange hatte mich vorhin voll mitgenommen meine Großmutter ist Freitag vor uns gegangen grüß dich oder andere das ist auch nicht schön boah ich will ja auch gar nicht drüber nachdenken wenn meine Großeltern irgendwann mal nicht mehr da sind das ist nicht schön immer dieser Gedanke oder meine Eltern all das aber irgendwann gehen halt die Leute psychisch darauf erst mal vorbereiten dass sowas mal passiert ist halt das aber es ist halt das Leben Menschen kommen und Menschen gehen und das tut sehr weh ich kann mir zum Beispiel jetzt gerade echt nicht vorstellen dass auf einmal irgendwer weg ist es ist unglaublich nachzudenken ja bitte äh wo bist du Hauptplatz ich tue gerade Fahrzeuge changing ahja sehen Sie ein Auge den Auge zuk επ renn Hans ja ist ja noch ein du bist sehr l receiver 접 die sind du Además wie spw sie gest ein bisschen Ich fahr im grünen P1, muss man sagen im Hauptplatz geht grad richtig was ab, da ganz viel Polizei und SWAT ist auch gerade durchgefahren. Hauptplatz, also die fahren gerade Richtung Polizeideparten rüber, aber da war gerade ein SWAT Auto, so ein kugelsicheres. Ja so ein Suburban, aber so ein alter glaube ich oder so ein alter Tahoe ist das glaube ich. Ich hatte echt so ein bisschen was los zu sein hier. Alter ich rase da mit über 200. Der stark. Ich habe auch ein bisschen Noss. Ihr wisst ja, Fall der Fälle. Ich geh mal ein bisschen kaufen. Ich hab keins mehr. Ich hab letztes Mal ja mein letztes Noss hab ich rausgeschmissen. Aber deshalb muss ich ein neues kaufen. Ich hoffe, dass wer da ist und mir das verkaufen kann. Wenn nicht, dann nicht, ne? Sind die noch ein Parkplatz frei? Ne, super. Muss ich da hoch fahren. Ja, geil. Dann fahr ich da nur rein und pack mich da hin. So, gucken wir mal. Hallo. Guten Tag. Hör mal da mal zu ein bisschen. Fällt kalm auf. Fällt kalm auf. Die hast du auch bei einer Reparatur von einem Polizeifahrzeug für 200 Dollar. Ja, ich bräuchte ein paar Flaschen Lachgas. Ja. Okay, dann müsstest du kurz warten. Okay, wie lange dauert das hier genau? Er kommt gerade nach. So, hallo? Hey. Achso, hallo. Hi. Ich bräuchte bitte ein paar Flaschen. Noch Flaschen? Ja genau, Lachgas ein bisschen. Wie viel wollt ihr denn? Also, vier Flaschen geht das? Ja. Perfekt. Dann würde ich zwei so mitnehmen und zwei ins Auto. Jawoll, perfekt. Perfekt. Ich bringe in die. Jawoll, danke. Wo sammeln wir uns nochmal? Milendo oder wo? Ja, ich müsste noch mitgenommen werden. Ja, warte mal. Wir sind gleich wieder da. Ich kaufe gerade noch Lachgas ein. Chef, du müsstest halt eh nochmal zum Gelände kommen, damit ich hier auch den Schlüssel vom Wagen geben kann. Jawoll, bin dann eh gleich da. So, nehmen sie sich doch bitte gleich mal zwei Flaschen hier raus. Jawoll. Ich tu den dann hinten rein, ne? Genau, die tun sie rein. Die kommen dann gleich nochmal mit zwei. Jawoll, dankeschön. Ja, zwei Nossflaschen rein da. Äh, zwei Kilo nur. Oh, super. Auf 3.0 wird das ganz schön viel wiegen, das Ding. Das sag ich euch. Da wird, da wird so eine Flasche fünf bis zehn Kilo wiegen. Äh, da war's das mit Noss. Ah, ich freue mich auf das neue Inventarsystem auf 3.0. Das wird echt nice. So, hier die restlichen zwei. Mhm. Greif ich mal rein, danke. Jawoll. Äh, dann bitte einmal 10.000 Dollar hier in das gelbe Kartenlesegerät einzahlen. Jawoll. Ich muss ein bisschen abheben. Jawoll. 10.000. Jetzt machen wir mal ein bisschen was aus hier. 20.000. Jawoll. Jetzt haben wir uns aus. Oh, ich hab eingezahlt. Upsala. Ja, so aber nicht, gell. So aber nicht. Das ist aber so. Gerade noch. Oh, 1.07. Hab ich gerade 1.07 gesehen am Dings? Oh, 1.007. Jetzt bin ich traurig. Mhm. Sehr traurig. Was hat er gesagt? 10.000, ne? Dankeschön. Alles klar, danke. Und fahren Sie vorsichtig. Ja, das geht wirklich ab. Jawoll. Danke. Was ist denn am Hauptplatz passiert? Äh, Chef, könntest du uns kurz da bei der Fahrschule abholen? Ich hab halt einen Zweisitzer nur, ne? Ja, pass schon. Dann tragen wir uns kurz. Alles klar, fahre ich zur Fahrschule. Ich kann dir gerne sagen. Ich fahre mal schnell kurz am Hauptplatz vorbei. Ich will gucken, was da los ist. Ja, klar. Ja. 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 Ja, bin ich in reingefahren? Ja, war nix, Chef. Wir wollen die Bratz und Sieger wollen. Äh, ich bin hier irgendwie nicht reingefahren, ganz komisch. Also, mir ist cool, oder was? Anscheinend bin ich bei Ihnen reingefahren. Also, ganz komische Sache. Gut. Mir bin ich nicht reingefahren. Ob jetzt das gesperrt sein soll. Da ist keine Sperrzone, oder? Ah, okay. Das ist der Sound, aber ich spiele. Okay. Okay, da ist es passiert. Okay, ich komme jetzt mal zur Fahrschule. Äh, Chef hat sich erledigt. Alles gut. Komm zum Gelände. Wir haben da ein Auto oft stehen gefunden. Alles klar. Was ist denn da passiert? Was ist denn da los? Das ist der Sound auf der Spende. Ach, da ist ein Unfall passiert. Okay, ja. Mhm. Passiert halt, ne? Dass, wenn du dein, ähm, riesengroßes Gerät auspackst, das dann genauso aussieht. Mhm. Gut. Hab ich auch schon einmal gesehen, sowas. So, auf geht's zu 1, 2, 7. Ich werde nicht angehalten, weil das Ding ist saumäßig schnell. Ja. Das ist toll. Ja, ja. Welchen? Und wir müssen gucken. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben zwei NOS Flaschen im P1 drin Schauen wir mal Überfalli von Nemodork Was sucht eine Blondine in der Wüste? Die Steckdose, super Für den Staubsauger, ne? Für den Sand aufsauern Hallo Und der Exis C, ne? Weißt du was mir gerade auffällt? Was denn? Der ist vorne, kannst du durchgucken Ja, aber das sieht man nicht wirklich Da muss man schon sehr genau hingucken Da sagst du, ne? Aber man weiß ja nicht Ihr seid da ehmals Ja, das ist ja das Problem Denke ich mir gerade Wenn der sieht, dass wir da maskiert drinsitzen Zu dritt Dann haben wir ein Problem Ja, ihr seid aber schwarz angezogen Das verfärbt sich dann wieder, so wisse Ne, weil nicht dass das schon eine Alarmbereitschaft geht Weil da vorne die Scheibe reingucken kann Wer da drinsitzt Eieieieiei Das drückt sich doch nicht gut Wie wär's denn? Ich hab, ich hab so ne Idee Wartet mal Mal kurz gucken Was ist denn damit? Was ist, was ist denn mit dem Audi Kombi hinten? Der ist komplett schwarz Was ist denn mit dem Audi? Ja, der Audi da hinten Der ist komplett lag Das Problem ist, der ist zu langsam Okay Ich schau schon Das hat halt einfach Beschleunigungstechnik Ja, ja Ja, das ist kacke Der Vorteil bei dem Audi ist halt Oder der Vorteil beim SQP ist halt Dass hinten die Klappbank ist Das heißt, es fällt nicht auf Wenn ihr einen hinten drin habt Das kannst du nicht sehen Okay Wie wär's, wenn wir sonst zu zweit hinten drin sitzen Bei der Anfahrt? Könnt ihr auch machen Mach mal auf Ich will mal gucken, wie das ist Wenn ich hinten drin sitze Stimmt, man sieht das kaum Das sieht gar nix Du siehst auch ein Zoll Perfekt, dann machen wir Dann machen wir so bei der Anfahrt Sitzen wir beide hinten drin, okay? Ich fahr eh nicht mit Das machst du mit Pablo und so Ich geb dir aber mal den Schlüssel Vielleicht keiner ohne Schlüssel steht Weil ich hab halt Mit Elko diesen Zeitdruck Bitteschön Dankeschön Ich hab gerade 20.000 da reingesteckt Ich hab das auch schon Pablo Und Olli gesagt Wenn ihr den Cop Gefesselt habt Und dem alles abgenommen habt Sagt ihr dem einfach Ihr habt die Karre vom Auto aus geklaut Okay, machen wir so Auch die komplette Verbesserung Bremsen hatte ich nicht reingemacht Ich hatte nur alles andere Ich geb dir jetzt mal das gute Ding Ich schau noch was hinten drin ist Nicht das sowas passt Ist schon leer, ist schon leer Ich hab auch noch zur Sicherheit Zwei Nostwasch mitgenommen Ja perfekt Chef, brauchst du ein erweitertes Dann geb ich das Erweitertes? Ich hab alles da Ich hab eh Warte ich muss meine 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 Big Gun Muss ich mal ein bisschen upgraden warte Das mach ich lieber in der Garage Also sieht es keiner M4 Ja So Upgraden wir schon zur Waffel So Geh ich hier in den Kofferraum Passt schon So Machen wir das mal Upgraden 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 So Okay Perfekt Sonst hab ich hier in meinem Maybach noch Äh Erweitertes Und äh Lichtmodul Etc Du kannst Schalter einfach draufhauen Ne? Jo Sollte man eher nicht machen Ist schlecht Ich bin noch ganz schnell pinkel ne? Ja ja alles gut Ich stehe pinkelpause Was los geht mittlerweile So Ich geh mal aufs Klo Ich liebe diese Toilette Das ist echt das geilste was es gibt So Bin ich wieder da Leute Bis gleich Ganz kurz AFK-Gerche Pinkelpause Weil bevor es los geht Ich will natürlich pinkel gehen Äh Schäfer Wo bist du? Bis kurz äh Auf dem Klo Oh Okay Aber erst am Gelände Wenn das deine Frage war Ja genau Ja wir sind gleich da Die Frage war der Schöpfe Ja ich bin jetzt schon mal aufs Klo in der Koi everything Und alle die die Und alle Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 8000 Likes, Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020